Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 186 vom 24. April 2020. Wir sind auf sicherem Abstand, aber in unserem Büro zu sehen. Genau. Das bin ich, Philipp Hanse, und mir gegenüber sitzt der Ulf Burmeier. Hi. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute mit einem kleinen Bonustrack für unsere lieben Abonnentinnen und Abonnenten, die uns unterstützen in diesen harten Corona-Zeiten mit einem Abo der Lage der Nation. Ganz, ganz toll, dass ihr das tut, dass ihr dabei seid. Und deswegen dachten wir, bedanken wir uns bei euch mit einem kleinen Livestream. So sieht es aus. Der läuft. Das Bild soll gut sein, höre ich. Ja, sehr gut. Vielen Dank für eure Unterstützung unter lagedernation.org-plus. Enorme, enorme Unterstützung. Total super. Werbung. Die Corona-Krise dominiert ja gerade die Schlagzeilen und unser Leben. Euer Leben, unser aller Leben. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass sich mit der Klimakrise ja noch eine andere einschneidende globale Bedrohung entwickelt und weiterentwickelt. Das Gute daran ist allerdings, im Gegensatz zum Coronavirus gibt es beim Klimaschutz schon wirksame Handlungsmöglichkeiten, nämlich erneuerbare Energien zu nutzen. Und hier können alle beitragen, auch und gerade von zu Hause. Mit dem Ökostrom von Naturstrom bekommt ihr nämlich nicht nur 100% klimaneutralen Strom aus deutschen Ökokraftwerken geliefert, sondern ihr tragt dank der im Tarif integrierten Förderung auch dazu bei, dass neue Wind- und Solaranlagen errichtet werden und so Kohlestrom immer weiter aus dem deutschen Mix verdrängt wird. Jetzt also ganz einfach online unter naturstrom.de-lage einen Vertrag abschließen und zu Naturstrom wechseln. Damit tut ihr nicht nur dem Klima etwas Gutes, sondern ihr bekommt auch noch 30 Euro Startguthaben und die Lage profitiert auch noch. Also klickt euch jetzt trotz oder gerade wegen Corona zum Klimaschutz unter naturstrom.de-lage. Damit springen wir hinein ins eigentliche Pet und wir beginnen fast schon ein wöchentliches Ritual, das Corona-Update zur Lage der Pandemie. Philipp, man muss ganz ehrlich sagen, wir waren in den letzten zwei, drei Folgen relativ optimistisch, dass die Lage sich entspannt. Und das kann man in dieser Woche jedenfalls nicht mehr ganz so vorbehaltlos sagen. Es ist unklar, würde ich sagen. Also wir haben jetzt 150.000 Fälle. Aktuell sind ja auch wieder welche genesen. Da liegen wir so bei irgendwie 40.000 aktuell Erkrankten. Aber diese Zahl R, also die Reproduktionszahl, wie viele Menschen werden eigentlich von jeweils einem Menschen angesteckt, die geht in den letzten Tagen wieder so ein bisschen leicht nach oben, ist jetzt bei 0,9. Das heißt, von zehn Infizierten werden neun weitere Infizierte angesteckt. Das ist nicht schlecht, aber es leckt ja immer so ein bisschen hinterher. Also das ist ja immer nur so ein Bild auch aus der Vergangenheit, das ist auch geschätzt. Und wenn man aber sich so in der Stadt bewegt und wenn man so mit Leuten spricht und wenn man so die Medien beobachtet, dann muss man sagen, für viele scheint das Signal gewesen zu sein, it's over. Back to normal. Und die Ergebnisse werden wir halt erst in zwei bis drei Wochen sehen. Genau, das ist immer das Problem. Es gibt da ja quasi zwischen dem Tag, wo Menschen tatsächlich auf welchem Grund auch immer infiziert werden und dem Tag, wo sie dann auch in der Statistik aufschlagen, sodass man das auch sehen kann, vergehen eben zwei bis drei Wochen. Da sind die etwa fünf, sechs, sieben Tage Inkubationszeit. Dann müssen die Menschen sich testen lassen. Ist ja manchmal gar nicht so einfach, um einen Test zu bekommen. Dann muss das Ergebnis des Tests kommen. Dann muss das Ergebnis gemeldet werden ans Robert-Koch-Institut. Und dann gibt es immer wieder diese etwas bizarre Situation, dass am Wochenende anscheinend viele Weiterleitungen irgendwie nicht klappen. Ja, wir lassen das mal so stehen, wie auch immer das zustande kommt. Das heißt also, so sind wir dann bei zwei bis manchmal sogar drei Wochen Verzögerung. Und das ist natürlich wahnsinnig gefährlich. Das ist so ein bisschen so, als wenn man quasi am Lautstärkeregler dreht bei der Stereoanlage und eine Stunde später platzen einem die Boxen, weil man leider nicht gemerkt hat, wie laut man eigentlich gedreht hat. Aber wir hatten das auch zugemeldet bekommen, das RKI hat so eine Statistik rausgegeben, da wo das aussieht, als sei diese Zahl R schon vor oder zu Beginn der Maßnahmen bei Eins gewesen. Ja, ganz genau. Ehrlich gesagt, ein total irritierender statistischer Effekt. Ich habe auch versucht, das nachzuvollziehen. Das RKI erklärt das in der Tat, auch wie es dazu kam. Trotzdem gab aber natürlich auch diese, wie soll ich sagen, irritierende Meldung wieder Aufwind für die Corona-Skeptiker. Ja, haben wir in der letzten Woche ausführlich diskutiert, wollen wir nicht alles wiederholen. Ich persönlich finde es einfach immer wieder irritierend, ja, wie sehr die Menschen oder manche Menschen, manche Menschen jedes noch so dünne und wackelige Indiz aufgreifen, dass das alles nicht so schlimm ist, anstatt es einfach mal ernst zu nehmen. Genau, mittlerweile hat es auch neue Zahlen zur Übersterblichkeit gegeben, das ist also eine andere Zählmethode für Opfer und die Gefährlichkeit von Epidemien, also vor allen Dingen bei der Influenza, bei der Grippe wird das gemacht. Da wird halt nicht jeder einzelne Fall sich angeguckt, der gestorben ist, war das nun Influenza oder nicht, sondern es wird halt geguckt, wie viele Menschen sterben normalerweise im bestimmten Zeitraum und wie viele Menschen sind in diesem Zeitraum gestorben, als es in Deutschland eine Grippe gab. So, und dann sieht man, okay, das sind deutlich mehr und da werden halt die sogenannten Influenza-Toten rausberechnet. Wenn man nämlich genau misst, wenn man in die Krankenhäuser geht und genau gucken will, wie viele Influenza-Tote gab es denn, dann sind das eben nicht diese 20.000, sondern das hat Drosten in seinem Podcast auch nochmal gesagt, das sind 1, 2, 3.000 höchstens pro Jahr. In den Krankenhäusern. In den Krankenhäusern, wo richtig draufsteht, an Grippe gestorben. Und A, sind wir mit Corona über diese Zahl der messbaren Corona-Toten in den Krankenhäusern längst hinaus. Ja, etwa beim Doppelten, Silber. So, und wir sind jetzt auch mit dieser Übersterblichkeitsmessmethode in Europa, aufs Ganzes gesehen und in vielen europäischen Ländern, auch über diese Übersterblichkeitszahl hinaus, die normalerweise von Grippewellen verursacht werden. Also damit ist die Diskussion, glaube ich, ist die Grippe, ist das alles nur eine leichte Grippe endgültig zu den Akten gelegt. Das kann man nur hoffen, vielleicht noch zwei Sätze dazu, warum diese Methode in gewisser Hinsicht besser ist oder jedenfalls zuverlässiger. Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass es Unschärfen gibt bei der Bestimmung der Sterblichkeit an oder mit Corona. Bei der Übersterblichkeit ist das deutlich besser. Denn es ist nicht immer so ganz einfach festzustellen, woran ein Mensch gestorben ist, was aber in entwickelten Ländern jedenfalls mal Fakt ist, ist, dass ein Mensch gestorben ist. Und es gibt so ein statistisches Mittel, im Monat sterben in Deutschland x Menschen und wenn es jetzt mit einmal 20.000 mehr sind als im statistischen Mittel, dann muss man dafür irgendeinen Grund finden. Natürlich sagt diese Statistik über die Kausalität erstmal nichts aus. Also diese Übersterblichkeitsstatistik sagt einem nicht, woran dieses Plus gestorben ist oder diese Menschen gestorben sind, die statistisch nicht zu erwarten waren. Aber woran sollen sie denn sonst gestorben sein? Es gibt ja eigentlich, die Grippewelle ist vorbei. Das heißt mit anderen Worten, wenn es nicht Corona ist, dann müssten es irgendwie die Chemtrails gewesen sein. Also es gibt einfach keinen anderen sinnvollen Grund, um diese Übersterblichkeit zu erklären. Wir verschonen euch jetzt mit den Tausenden von Extratoten, die in verschiedensten Statistiken auftauchen. Die New York Times hat dazu einen sehr guten Überblick immer veröffentlicht. Das ist nämlich interessanterweise weltweit so. Und man sieht in diesen kleinen Statistiken, die die New York Times da aufgemacht hat, das sind so kleine Grafen, sagt man. Also quasi so Diagramme. Da sieht man halt einen steilen Anstieg. Da geht es halt quasi senkrecht durch die Decke und zwar in allen möglichen Staaten der Erde. Und deswegen, Philipp, teile ich deine Einschätzung. Deswegen sollte jetzt endlich diese Debatte, wie gefährlich ist Corona mal vom Tisch sein. So, gleichzeitig läuft natürlich diese Debatte über die Öffnung. Es gibt neue Maßnahmen. Also viele Bundesländer haben eine Pflicht erlassen für Masken im ÖPNV, in Läden, in öffentlichen Gebäuden. Der Koalitionsausschuss hat … Das muss man sagen, Masken, da reichen ganz normale Selbstgenähte. Also um Gottes Willen keine medizinischen Masken. Der Witz bei diesen medizinischen FFP2- und 3-Masken ist ja, dass die tatsächlich nur die Träger innen schützen. Das hatten wir auch mal etwas unscharf dargestellt. Wollte ich an der Stelle nur kurz einschieben. Wir haben mal gesagt, die Masken schützen vor allem andere Menschen vor Infektionen durch den Menschen, der die Maske trägt. Das ist bei diesen Profimasken FFP2 und 3 wiederum anders, denn die haben Ventil. Das heißt, die schützen tatsächlich nur beim Einatmen. Aber gemeint ist bei dieser Maskenpflicht, dass man eben so eine selbstgenähte Stoffmaske trägt. Oder wie Winfried Kretschmann so schön sagte, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, zu Not reicht auch der Schal über Mund und Nase. So sieht es aus. Der Koalitionsausschuss hat auch ein 500-Millionen-Euro-Paket für den digitalen Unterricht beschlossen. Bedürftige Schüler sollen jetzt einen Zuschuss von 150 Euro für die Anschaffung digitaler Geräte enthalten. Dazu sage ich dann später noch was. Da kann man nur sagen, der Digitalpakt in Höhe von 5 Milliarden ist jetzt seit vielen, vielen Jahren in der Debatte, ist auch beschlossen, aber immer noch nicht wirklich umgesetzt. Zu den Schulen sagen wir gleich noch was. Dann gibt es eine Umsatzsteuersenkung für die Gastronomie. Also statt 19 Prozent sollen nur 7 Prozent anfallen. Also um Getränke entweder günstiger zu machen oder gleich teuer zu lassen und mehr bei den Gastronomen hängen zu lassen. Vor allem Letzteres ist, glaube ich, der Plan. Dass also dann, wie das immer so schön heißt, mehr Netto vom Brutto bei den Gastwirten hängen bleibt. Aber auch da gibt es natürlich Kritik. Eigentlich gab es diese Woche eine Pressemitteilung der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, die darauf hinweist, dass der Umsatzsteuersatz von 7 Prozent schon heute für den Außerhausverkauf gelte. Das heißt, die Senkung bringe nur dann etwas, wenn die Läden auch wieder geöffnet haben können. Mit anderen Worten, wenn Inhouse-Verkauf stattfindet. Wir gucken ja so ein bisschen mal noch aufs Handy wegen unserer Futterlieferung. Genau, also sonst bringt also diese ganze Senkung nichts. Ja, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall grundsätzlich mal ist das ja keine so schlechte Idee, tatsächlich hier noch ein kleines bisschen mehr bei den Gastwirten zu lassen. Philipp, aber die eigentlich spannende Neuerung dieser Woche sind Lockerungen im Bereich Öffnung. Absolut. Öffnung, also Läden bis 800 Quadratmeter Fläche dürfen aufmachen, Autohäuser, andere Läden unter Umständen Fahrradläden und so, auch wenn sie größer sind. Und das hat einfach zu einer, also das bedeutet einfach, Läden sind offen. Ja, die Malls sind offen, die Leute laufen durch die Malls. Und mein Eindruck ist, wie gesagt, für viele ist das Mindset, das war es jetzt. Wir rennen rum und ich war auch einkaufen in so Baumärkten mit Maske und so. Aber mein Eindruck ist, für viele scheint das Ding gelutscht zu sein. Und deswegen gibt es natürlich die Frage, sind diese Lockerungen zu früh und sind sie zu weitgehend? Das hat ja auch Merkel angedeutet mit ihrer Öffnungsdiskussionsorgie, die es nicht geben dürfte. Das hat sie intern geäußert, aber auch nicht dementiert, wurde rausgestochen. Und mein Gefühl ist schon, dass sie damit recht hat. Also jedenfalls kann man sich die Frage stellen, warum denn eigentlich tatsächlich unbedingt geöffnet werden musste. Ich habe da gestern auch nochmal mit einem Freund länger darüber diskutiert, Philipp. Also mein persönlicher Eindruck ist, so einen richtigen scharfen Grund dafür gibt es nicht. Natürlich stehen alle Einschränkungen stets unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit. Das haben wir auch in der Lage schon verschiedentlich erörtert. Möchte ich deswegen gar nicht im Einzelnen wieder sagen. Also solche Einschränkungen müssen geeignet und vor allem auch erforderlich und angemessen sein. Aber angesichts der Unschärfen bei der Frage, wie weit sind wir denn mit dieser Epidemie, ist die denn wirklich schon hinreichend zurückgedrängt worden? Gab es jedenfalls aus verfassungsrechtlicher Perspektive noch überhaupt keinen Zwang, Lockerungen vorzunehmen? Das heißt, es handelt sich hier, denke ich, um eine rein politische Entscheidung und ob die denn tatsächlich richtig war. Und darüber kann man lange streiten. Man muss dabei, denke ich, auch berücksichtigen, dass wir in Deutschland im internationalen Vergleich jedenfalls einen relativ milden Lockdown haben. Also in Schweden wird ja immer so als Beispiel angeführt. Da ist es vielleicht noch einen kleinen Tick weniger einschneidend als bei uns. Aber wenn man zum Beispiel nach Frankreich schaut, da ist dieser Lockdown wesentlich härter. Da handelt sich de facto um eine Ausgangssperre. Da dürfen die Leute ihre Wohnung nicht verlassen, beziehungsweise sich dann nur im Umkreis von tausend Metern um die Wohnung bewegen. Also das sind schon wirklich krasse Maßnahmen. Und deswegen haben wir da mal mit einer französischen Journalistin kurz drüber gesprochen. Und die schildert ihre Eindrücke wie folgt. In Marseille wie in ganz Frankreich sind die Straßen leer, die Schulen, die Grünanlagen sowie die Café, Restaurants und die Eisläden geschlossen. Mitte März hat der Präsident Macron schon die neue Spielregel hier eingekündigt. Und zwar arbeiten von zu Hause, wenn möglich, maximum eine Stunde pro Tag unterwegs, zweck einkaufen oder Sport treiben und bitteschön maximum einen Kilometer von Wohnort herum. Sonst ist das strafbar. Und beweisen sollen wir uns mit einer Bescheinigung. So ist die Lage in Frankreich. Im Januar hatten wir China mit dem Finger gezeigt, wenn alle Chinesen zu Hause auf einmal waren. Und jetzt sind wir dran. Ist Krisenmanagement in einem starken Regime anders als in einer Demokratie? In Frankreich bleibt es erstmal so mit der Ausgangssprache bis zum 11. Mai. Ja, das war im Gespräch mit der Lage der Nation Charlotte Noblet, eine deutsch-französische Journalistin, ist Doppelstaatlerin, lebt heute wieder in Marseille und hat uns mal geschildert, wie sie den Lockdown in Frankreich erlebt. Ach so, und Drosten hat ja auch gesagt, wir stehen extrem gut da international. Also Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Charité in seinem Podcast beim NDR, sagt, wir haben wenig Infektionen, wir haben relativ wenig Tote, stehen da sehr, sehr weit oben. Und die Frage ist ja, und die Äußerung hat er, oder die Befürchtung hat er ja auch geäußert, dass wir diesen Vorsprung jetzt verspielen und dann in eine zweite Welle laufen, die halt noch viel schlimmer sein könnte oder viel schlimmer sein könnte als diese erste, weil es eben nicht Ausbrüche an drei Orten gibt, Bayern, NRW oder vielleicht zurückgeben würde, sondern sich jetzt quasi versteckt, ja, dieses Virus ausbreitet und an vielen Orten und auch in älteren Bevölkerungsgruppen präsent ist. Und wenn wir das jetzt lockern, dass es sich dann eben an sehr vielen Orten gleichzeitig wieder mehr als R gleich eins, also exponentiell verbreitet und wir deshalb vor einer ganz anderen Situation stehen werden. Ja, das ist die große Sorge von Christian Drosten und das finde ich immer so spannend, dass er seine Position ja auch mit, finde ich, nachvollziehbaren Argumentationen unterlegt. Man kann sich das ja genau vorstellen, das Virus ist eben jetzt nicht nur an drei Orten in Deutschland, sondern an Hunderten von Orten und wenn jetzt mit einmal die Kontakte zunehmen, dann geht es durch die Decke. Also niemand kann das vorhersagen, aber er war sich da relativ sicher, er hat da, hat er sogar in seinem letzten Podcast ausdrücklich gesagt und wie das aussehen kann, ja, wenn das mit der Kontaktsperre oder mit der Kontaktvermeidung extrem schwierig ist, einfach aufgrund der Lebenssituation, das sieht man in Pflegeheimen. Also wir haben jetzt in einer ganzen Reihe von Pflegeheimen für alte Menschen in Deutschland schon die Situation, dass die BewohnerInnen sich reserienweise infizieren, teilweise hat man da Quoten von 60, 70 Prozent, die alle infiziert sind und da wird die Sterblichkeit extrem hoch sein. Und so eine ähnliche oder ähnliche Effekte befürchtet man dann eben im Rest Deutschlands. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Genau, es gibt, haben wir ja viele wahrscheinlich auch mitbekommen, die erste klinische Studie in Deutschland für einen Corona-Impfstoff wurde genehmigt. Das teilte die zuständige Behörde, das Paul-Ehrlich-Institut am Mittwoch mit. Die Tests sollen Ende April starten. Erste Ergebnisse wird es dann für Ende Juni erwartet. Dann wird feststehen, ob im Herbst oder Winter eine zweite Phase mit zehntausenden Patienten und Testpersonen beginnen soll. Das Unternehmen, was das macht, heißt Biontech. Axie ist natürlich explodiert. Ich würde sagen, mal abwarten. Ist sicherlich eine gute Nachricht, dass zugelassen wurde, aber es ist eben wie gesagt eine Studie, die wird dauern. Und die Prognosen sind nicht, dass wir in diesem Jahr noch irgendwie einen Impfstoff bekommen sollen. Ja, das weiß ich nicht, Philipp. Also das waren bislang immer die Prognosen. Da hieß es immer, wenn überhaupt nächstes Jahr. Aber guck mal, wenn die ersten Ergebnisse Ende Juni kommen und stellen wir uns mal vor, Optimalfall, diese Ergebnisse bedeuten, dieser Impfstoff ist wirksam. Dann muss in Anführungsstrichen ja nur noch skaliert werden. Das heißt, dann hat man noch bis zum Jahresende volle sechs Monate, um aus einem Test mit kleinen Mengen Impfstoff einen Einsatz im Massenmarkt zu machen. Also ich bin da inzwischen so ein bisschen optimistischer aus, da muss man ja sehen, das ist hier die erste klinische Studie in Deutschland. Weltweit ist es die vierte. Das heißt, es gibt inzwischen vier Testserien. Und wenn die jetzt nicht alle einen Bock geschossen haben, wenn jetzt nicht alle Impfstoffe sich als unwirksam erweisen, dann halte ich es inzwischen doch für nicht ganz abwegig, dass wir, sagen wir mal, in den nächsten Monaten irgendwann mal zu einem Impfstoff kommen. Vielleicht wenigstens am Anfang für das medizinische Personal, dann für ältere Menschen. Also wie gesagt, ich bin da verhalten, positiv wäre gestimmt jedenfalls, als ich das noch vor einigen Wochen war. Und gibt noch ein bisschen, also ein bisschen, ihr habt Feedback gegeben ohne Ende in den Kommentaren. Wahnsinn, über 230, 40 Kommentare. War ja auch klar, ich meine, wir haben mit den Fake News im Bereich Corona aufgeräumt, dass das irgendwie hochkochen würde, war irgendwie klar. Deswegen greifen wir jetzt in der Feedback-Runde mal so ein paar Dinge raus oder einige wenige Themen, die besonders prominent waren. Also Stichwort Heinsberg-Studie. Heinsberg-Studie. Also von Herrn Professor Streeck durchgeführt. Wir haben das kritisiert. Zwei Sachen würde ich nochmal richtigstellen wollen. Wir haben, hoffe ich, denke ich, behauptet und gesagt, es ist der Eindruck erweckt worden, dass diese Studie, die Zwischenergebnisse dieser Studie repräsentativ seien für ganz Deutschland. Streeck selber hat das nicht gesagt, sondern er hat es auf der Pressekonferenz gesagt, die seien nicht repräsentativ, diese Zwischenergebnisse der Studie. Trotzdem würde ich die Kritik insoweit stehen lassen, dass halt, ja, der Eindruck in der ganzen Kommunikation durch diese PR-Agentur, die er auch engagiert hat und vor der er wusste und die auch in seinem Namen letztlich ja mitkommuniziert hat, da wurde der Eindruck erweckt, dass das eine Studie ist, die Aussagekraft für ganz Deutschland hat. Das vielleicht nochmal richtiggestellt. Zweitens. Genau, und das ist, also nochmal, damit der Kontext auch klar ist, es ging ja um die Frage, wie viel Prozent der Bevölkerung hatten das schon mal und sind deswegen immun. Im Kontext Heinsberg wurde von 15 Prozent gesprochen. Sämtliche anderen Studien, die es so gibt, kommen zu zwei bis maximal drei Prozent. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kommt das zustande? Wie gesagt, Philipp, du hast gesagt, der Eindruck wurde erweckt, als sei das repräsentativ. In Wirklichkeit liegt es aber daran, dass man halt sich diese besondere soziale Situation angeguckt hat, in einem kleinen Dorf, wo irgendwie das halbe Dorf bei einer Karnevalsveranstaltung war und deswegen das Dorf einfach weit überdurchschnittlich, in Anführungsstrichen, durchseucht wurde. Was ein absoluter Spezialeffekt ist und nicht zu verallgemeinert. Also zumindest nach allem, was wir jetzt wissen. Dann haben wir Kritik sozusagen, waren wir ein bisschen spöttisch, despektierlich. Dass Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sich eine PR-Agentur nehmen, um ihre Erkenntnisse zu verbreiten. Da kann man sich natürlich angesichts der aktuellen PR-Agentur, die da gewählt wurde, drüber mokieren. Generell würde ich sagen, das ist durchaus legitim. Das wurde von euch ja auch moniert. Legitim ist, wenn Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sich Profis nehmen, um ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse an die Menschen zu bringen. Das ist durchaus okay. Man muss trotzdem aber dann natürlich darauf achten, was kommunizieren die da eigentlich, weil die das ja dann schon in deinem Namen tun. Und ich finde da, wie gesagt, wiederhole ich mich nicht, da ist doch einiges ein bisschen schief gelaufen. Dann Leopoldina, also die Akademie der Wissenschaften, die wir auch kritisiert haben. Da würde ich sagen, ja, da müssen wir ein bisschen zurückrudern. Ich glaube, da war die Kritik und der Ton ein bisschen scharf. Ja, die Fakten würde ich nicht zurücknehmen. Aber ich würde schon sagen, da sind wir vielleicht ein bisschen harsch rübergekommen. Ja, und der Witz dabei ist, wir haben das hinterher auch nochmal besprochen, das war überhaupt nicht so der Plan. Das ist, also das muss man ganz ehrlich sagen, wir hatten überhaupt nicht auf dem Zettel, jetzt machen wir mal die Leopoldina runter. Sondern wir wollten eigentlich vor allem die Zusammensetzung dieser Runde so ein bisschen kritisieren. Denn also das Gender-Verhältnis ist ja eine ziemliche Katastrophe. Und da sind auch vielleicht einige ein bisschen alt. Aber also das kam, wie Philipp schon hat, das kam zu scharf rüber. Und das war, wie gesagt, war auch gar nicht der Plan. Das ist irgendwie so ein bisschen passiert. Das ist so eine Folge dieser Live-Situation. Richtig, das würde ich auch nochmal darauf hinweisen wollen. Also wir haben hier ja Notizen, aber wir schreiben uns das nicht wortwörtlich auf. Ja, sondern, und das ist Stärke und Schwäche des Formats zugleich. Natürlich würde ich sagen, ist die Stärke und das Charmante und das, was uns auch so Spaß macht, ist, dass es hier halt eine Unterhaltung ist. Nachteil ist aber, wir haben nicht alles aufgeschrieben. Es passieren manchmal Formulierungen aus der Unterhaltung heraus, die man, wenn man sie auf einem Manuskript hätte und nochmal redigieren würde, vielleicht rausstreichen würde. Vielleicht auch nicht immer. Vielleicht auch nicht immer. Aber diesen Filter, den gibt es halt hier nur sehr bedingt. Wir machen uns sehr viel Gedanken darüber, was wir sagen. Aber wenn mal Formulierungen dabei sind, oder sagen wir mal so, es kann sein, dass halt mal Formulierungen dabei sind, wie gesagt, die ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Und da würde ich sagen, das war bei der Leopoldina der Fall. Ich finde nach wie vor, es ist eine respektable Einrichtung, die strukturell ihren Sinn hat, ihre Berechtigung hat. Wo es gut ist, dass Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, renommierte Wissenschaftlerinnen, gerade auch aus unterschiedlichen Disziplinen Stellung nehmen, schnell Stellung nehmen zu aktuellen politischen Themen. Finden wir gut, in dem Fall war es inhaltlich ein bisschen kritikwürdig und die Zusammensetzung war kritikwürdig. Aber das soll nichts daran ändern, dass das generell eine in Ordnung Einrichtung ist. Ja, und zwar ein Hörer war es, glaube ich, wies nämlich in den Kommentaren völlig zu Recht darauf hin, dass jetzt Angela Merkel quasi nicht den kompletten Literaturstand zu den da behandelten Themen komplett sich anschauen kann. Sie ist zwar selber Naturwissenschaftlerin, sie braucht aber natürlich jemanden oder auch andere Mitglieder der Bundesregierung oder der Landesregierung oder so. Die brauchen halt jemanden, der den Stand der Wissenschaft zusammenfasst und bewertet. Und deswegen ist das im Ansatz gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, unsere Kritik war zu scharf, sorry. Aber Wissenschaft ist wichtig. Wissenschaft ist absolut wichtig. Und das ist ja sozusagen jetzt auch die Debatte bei den Öffnungen. Ja, da kommt natürlich immer die Kritik, ja, es gibt doch gar keine Studien und man weiß die Wirkung doch gar nicht von den ganzen einzelnen Maßnahmen. Warum entscheidet die Politik denn so oder so? Und wir haben dann mal gedacht, okay, gucken wir doch noch mal so ein bisschen, was ist denn da der Stand? Intuitiv würde ich sagen, ja, da gibt es wenig. Und ich habe auch mal Twitter mal rumgefragt und selber ein bisschen rumgelesen. Und der Stand ist tatsächlich, es ist ein wissenschaftlich sehr unklares Bild. Bezogen worauf? Bezogen auf die Maßnahmen, die getroffen werden, um die Ausbreitung von Covid-19 einzugrenzen. Also mit anderen Worten, man weiß einfach nicht so ganz genau oder es ist jedenfalls sehr schwer, wissenschaftlich hart zu belegen, wenn ich alle Schulen schließe, dann drehe ich an der R-Schraube drei, vier Schritte nach links. Das kann man so einfach nicht sagen. Da gab es halt Studien, Lancet, sehr renommiertes Wissenschaftsmagazin, hat eine Studie veröffentlicht zu den Schulschließungen und ein Zitat ist, there are no data on the relative contribution of school closures to transmission control. Also es gibt auf Deutsch gesagt keine Daten zum anteiligen Beitrag von Schielschließung bei der Ausbreitung der Infektion. Also mit anderen Worten, es ist plausibel anzunehmen, dass das einen Beitrag leistet. Und es gibt auch Modellierungen, also Modellrechnungen, die immerhin zeigen, Schulschließungen allein würden nur zwei bis vier Prozent der Todesfälle verhindern. Ja, viel weniger als sonstige physische Distanzierung. Das würde ja ein Fragezeichen, sagen wir mal, hinter Schulschließungen malen, aber auf der anderen Seite einen gewissen Beitrag gibt es eben auch. Und man weiß, das ist eben extrem schwer in so einer Situation, wo es ganz viele Faktoren gibt, Schulschließungen und 50 andere Maßnahmen, wer dann alleine welche Effekte hätte oder gerade auch in der Kombination mit anderen. Eben. Dann gibt es noch so eine Metastudie im Auftrag der WHO, also Forscher, Forscherinnen haben nicht selber geforscht, sondern sich halt mehrere Dutzend, ich weiß nicht, glaube ich, fast sogar 100 Studien oder Modellierungen angesehen und eben geguckt, was ist denn der Stand der Wissenschaft. Und da sagen sie, die aktuelle Bestandsaufnahme ist begrenzt auf Modellierungsstudien, die Annahmen machen müssen auf Basis von Current Fragmented Knowledge. Also wenn man modelliert, wie breitet sich das Virus aus, dann muss man Annahmen treffen über die Gegebenheiten und die basieren eben auf einer aktuellen, sehr fragmentierten Wissensgrundlage. Klar scheint, Quarantäne wirkt, vor allem in Kombination mit anderen Maßnahmen. Und Tests zum Beispiel von Antikörpern würden natürlich helfen, um diese Modellierung auf bessere Beine zu stellen. Also wenn man wüsste, wie viele waren denn infiziert, wie viele sind jetzt womöglich immun. Aber über die Wissensbasis, über die einzelnen Maßnahmen, über die Quarantäne hinaus gibt es eben sehr wenig. Und dann gab es noch ein interessantes Interview mit Andres Technel, Epidemiologe und eben Architekt dieser schwedischen Strategie in Nature. Und er sagt auch, close down, lockdown, closing borders, nothing has a historical scientific basis in my view. Also auch er sagt, für das alles gibt es keine wissenschaftliche Basis, um das beurteilen zu können. Er sagt, we have looked in a number of European Union countries to see whether they have published any analysis on the effects of these measures before they were started and we saw almost none. Also Publikation. Publikation. Und er sagt. Nicht Effekte, das muss man bei dem Satz dazu finden. Aber gut, ja. Also er sagt, Schulschließung jetzt, wie er sagt in der Mitte, andere sagen am Anfang, aber Schulschließung in seinen Augen machen nur Sinn am Anfang einer Epidemie, später nicht. Ist aber natürlich, muss man sehen, das ist natürlich der Architekt der schwedischen Strategie, ob das jetzt funktionieren wird in Schweden, müssen wir ein bisschen abwarten. Das ist ja so eine Art Experiment am lebenden Objekt. Also ich finde, wichtig ist in dieser Diskussion, um Corona festzuhalten, die empirische Datenbasis ist wackelig. Ist dünn. Ist wirklich wackelig. Nichts, wo du sagen kannst als Politiker, Politikerin, okay, guck doch dahin. Aber wobei man sagen muss, es gibt natürlich die Untersuchungen zur spanischen Grippe vor rund 100 Jahren in den Vereinigten Staaten. Da gibt es eben Beispiele, wie verschiedene Städte verschiedene Maßnahmen getroffen haben und es da sehr unterschiedliche Todeszahlen gab. Klar, sehr lange, sehr lange her. Andere Familienstrukturen, Kinder viel mehr zu Hause. Tausend Parameter, die sich vertanen. Also mit anderen Worten, es wäre jetzt, und da muss man natürlich wieder total aufpassen, ja, sonst gehen wieder die Corona-Skeptiker irgendwie steil. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, irgendwie die Wissenschaft sagt, diese Maßnahmen sind wirkungslos. Der Punkt ist, wir können noch nicht durch irgendwelche Studien hart sagen, diese Maßnahme bringt genau das. Klar ist aber auch, die Maßnahmen, die wir treffen, zusammenbringen ganz offensichtlich was. Das kann man auch sagen. Das ist, glaube ich, unstrittig, dass wir durch diese Maßnahmen eben die Zahl der Infektionen runtergekriegt haben und dieses exponentielle Wachstum durchbrochen haben. Ich meine, nicht umsonst ist die Situation in Deutschland so gut wie in kaum einem anderen europäischen Land. Also ganz offensichtlich haben wir es geschafft, ganz am Anfang diese Epidemie zu stoppen. Einige Menschen haben in der Diskussion zu dieser etwas unglücklichen Grafik vom RKI, die wir gerade oben schon angemerkt haben, die, finde ich, ganz interessante Beobachtung gemacht, dass wir einfach in Deutschland vor dem offiziellen Lockdown schon relativ viel an freiwilligen Distanzierungsmaßnahmen hatten. Also ich habe auch so darüber nachgedacht, na, wann war denn der Lockdown? Und wir haben als GFF zum Beispiel etwa zehn Tage vor dem offiziellen Lockdown schon gesagt, wir schließen unser Office, so irgendwie um den 10.12. März rum. Das heißt also, da gab es einfach schon eine ganze Menge an Abstand halten und Distanzierung vor den offiziellen Maßnahmen. Und insofern ist das alles immer sehr schwer zu beurteilen. Aber was man schon sagen kann, ist, in der Summe hat das was gebracht. Das eigentliche Problem ist eben zu sagen, welches Lego-Steinchen hätte man vielleicht weglassen können oder welches hat vielleicht noch gefehlt. Genau, Melanie Brinkmann ist Virologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Und die hat im Spiegel gesagt, das Risiko liegt jetzt darin, dass die tagesaktuellen Zahlen ja den Stand von vor zehn, 14 Tagen abbilden. Sie sagt zehn Tagen. Das ist das, was wir eben gerade schon gesagt haben. Durch den Meldeverzug, die lange Inkubationszeit und die Zeit, bis ein Infizierter zum Arzt geht und ein Testergebnis vorliegt, kommen die Zahlen erst zeitverzögert. Und sie sagt, wir bemerken also viel zu spät, wenn Neuinfektionen wieder steigen, das könnte ein exponentielles Wachstum schon, also jetzt, dann könnte ein exponentielles Wachstum schon wieder in Gang sein. Das ist sozusagen diese Furcht vor dieser zweiten Welle. Und ich würde sagen, ja, die Wissenschaft ist dünn, aber dann muss man wenigstens dafür sorgen, dass die Messung der Ist-Zustände, auch wenn man daraus noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse vielleicht ableiten kann, aber wenn die Messung der Ist-Zustände besser wird und schneller und ich würde sagen, da muss man Kritik üben an den staatlichen Strukturen. Ja, die Frage, wo haben sich denn diese zwei bis dreitausend Leute jetzt über Ostern angesteckt? Das wüsste man ja schon. Wüsste man schon gerne, ja. Da muss es Echtzeitmeldungen geben der Infizierten, aber auch der Genesenen und jetzt, RKI hat heute Morgen gesagt, nur 60 Prozent der Meldungen von den Gesundheitsämtern geben überhaupt den Erkrankungsbeginn an. Ja, also da, wo das Gesundheitsamt sagt, okay, hier ist infiziert und getestet und so, da gibt es in dem Formular offensichtlich irgendwie Datum für Krankheitsbeginn, ja, geben sie nicht an, in fast der Hälfte der Fälle. Und da muss das RKI dann, ja, weiß man nicht, geben sie halt nicht an. Und da muss das RKI dann schätzen, ja, wann ging es denn eigentlich los? Und da finde ich, da waren jetzt sechs Wochen, acht Wochen Zeit, um diese Strukturen auf Vordermann zu bringen und so eine Art Echtzeitmitteilung an die staatlichen Stellen zu etablieren. Und mir scheint, das ist noch nicht der Fall. Das brauchst du aber, wenn du Strukturen öffnest und nicht erst wirklich zwei Wochen oder drei Wochen warten willst, bis du irgendwie mal ein Gefühl dafür kriegst, wie entwickelt sich das denn? Sondern da ist doch ganz zentral, dass du die Zeit mehr Richtung Echtzeit verkürzt. Und wenn da noch nicht mal die Gesundheitsämter in der Lage sind, tagesaktuell ihre Daten zu liefern, sondern immer noch mit ein, zwei, drei Tagen Verzug gemeldet wird. Das finde ich, ist falsch, das geht nicht. Ja, das kann nicht sein. Also, wenn man diese ganzen Aspekte jetzt mal so ein bisschen zusammenbindet, die wir gesagt haben, es geht wieder langsam ein bisschen nach oben, es sieht nicht gut aus. Wir haben zugleich aber eine relativ wackelige wissenschaftliche Grundlage, was alles was bringt. Wenn man diese ganzen Dinge mal zusammenbindet und mit den doch, mein ehrlich ist, ganz vorsichtigen Fortschritten, wenn überhaupt, bei der Statistik und bei Meldewesen. Wenn man das alles mal zusammenbindet, muss man sagen, diese Lockerungen erscheinen dann aus meiner Sicht in einem extrem zwiespältigen Licht. Was die Politik da macht, ist aus meiner Sicht im Wesentlichen so ein Stochern im Nebel. Man hofft, dass es gut geht, weil es ganz offensichtlich eine Art politischen Druck gab, irgendwie zu lockern. Ich habe eben schon ausgeführt, verfassungsrechtlich war das nicht geboten, es ist eine rein politische Entscheidung zu lockern. Und ein Freund von mir sagte gestern Abend, als wir uns darüber unterhalten haben, naja, das muss man alles sehen vor dem Hintergrund. Der Kanzlerkandidatur in der Union, ja, also Söder, der bayerische Ministerpräsident, macht quasi auf harte Kante, ja, Bayern prescht immer vor bei einschränkenden Corona-Maßnahmen, bei harten Corona-Maßnahmen. Als Gegenkandidat versucht sich ins Spiel zu bringen Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der sich hier diese Streeck-Studie kind of sort of bestellt hat, so steht der eine. Stellt nicht, aber zumindest sehr zu eigen gemacht hat, instrumentalisiert hat. So kann man es auch auf jeden Fall sagen und jedenfalls, was die Publikation angeht, das hat er massiv unterstützt mit der großen Pressekonferenz. Gut, also mit anderen Worten, da haben wir diese beiden Seiten, Söder auf der einen Seite, Laschet auf der anderen Seite, der halt einfach irgendwie sich absetzen musste von Söder. In der Kanzlerkandidatendiskussion in der Union, die ja quasi unter der Oberfläche weiter köchelt, da hatte halt Söder einfach ganz deutlich Oberwasser und Laschet musste irgendwie wieder ins Spiel kommen. Und ich würde aber auch von der Art auch sagen, das ist ein total natürlicher und legitimer Prozess, denn wir sind in einer demokratischen freien Gesellschaft, wir haben die Wissenschaft, die wir haben und es gibt diese Interessenkonflikte, die wir haben. Da sind die einen, die sagen, die Epidemiologen und wir ziehen vielleicht auch dazu, verfassungsrechtlich wäre das noch nicht nötig gewesen und es spricht viel dafür, dass wir Gefahr laufen, diese Fortschritte, die wir durch die Maßnahmen erzielt haben, zu verspielen. Dann gibt es aber natürlich viele, die sagen, ja aber wir haben Einschränkungen, Wirtschaft, freiheitliche Einschränkungen etc. Und es kann nur die Politik sein, die darüber entscheidet, was passiert und so stecken wir jetzt halt mittendrin in dieser Debatte. Und die Politik hat sich dafür entschieden, relativ liberal, finde ich, zu öffnen, sehr weitgehend zu öffnen und jetzt entsteht aber auch eine Gerechtigteitsdebatte. Genau und das ist nämlich die eigentlich spannende Frage, wenn wir an dem Punkt sind zu sagen, verfassungsrechtlich ist da noch nicht so wahnsinnig viel geboten, es ist eine wirklich politisch, originär politische Entscheidung, wo man quasi die Schleusen wieder ein bisschen öffnen möchte, wo man quasi die Spielräume für, das muss man offen sagen, für mehr Infektionen quasi investieren will gesellschaftlich. Wir haben es eben dargestellt, die werden im Wesentlichen investiert im Bereich Liberalisierung des Wirtschaftslebens. Ja, Shoppingmalls dürfen geöffnet werden und so weiter und so weiter. Und wir haben da in den Kommentaren zur Lage sehr viel Kritik gehört und wir wollen deswegen einen Problembereich in dieser Woche mal aufgreifen, wo wir glauben oder wo wir vor allem auch so mitbekommen aus dem Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern, dass da doch Interessen vielleicht nicht so ganz in den Blick gekommen sind. Wir hatten deswegen auch eine kleine Umfrage gestartet auf Twitter zur Frage von der Lage von sogenannten Corona-Eltern. Das ist so das Stichwort, das Hashtag, das auf Twitter verwendet wird, Corona-Eltern. Vielen, vielen Dank für euer tolles Feedback. Ganz viele Menschen haben uns ihre Situationen geschildert und die Bottomline, Philipp, kann man glaube ich schon sagen, die Situation von Eltern mit Kindern unter Corona ist extrem hart. Ja, es gibt Millionen von Eltern, also es betrifft ja, ich habe auch einen Sohn, der ist 14, der macht das alleine, der sitzt jetzt zu Hause und macht seine Hausaufgaben. So, da kann man auch noch was dazu sagen. Guckt Lager-Stream vielleicht. Ja, da weiß ich nicht, aber der ist selbstständig, der macht das alleine, muss mich da nicht drum kümmern. Aber wenn du Kinder hast mit zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren, dann sieht die Welt anders aus und dann auch noch zwei und dann verdienst du auch noch wenig und wohnst nicht auf 200 Quadratmetern. Ich wohne nicht auf 200 Quadratmetern, aber es gibt viele, die auf 200 Quadratmetern mit ihren vier Kindern wohnen, aber es gibt eben auch viele, die in einer Drei-Zimmer-Wohnung mit ihren drei Kindern wohnen und dann angeblich nicht raus können und dann die Schule zu und dann die Kita zu, noch drei, vier Monate bis irgendwie August. Also da haben wir mal ein bisschen die Stimmung eingefangen und da hat sich unter anderem gemeldet der Tim mit einem Einwand zu den Spielplätzen. Also das Horrorszenario von zwei berufstätigen Corona-Eltern war früher mal, dass wir beide arbeiten müssen, die Kita zu ist, Oma und Opa nicht kommen können. Aber man auch nicht auf den Spielplatz darf, um ein bisschen Abwechslung zu kriegen oder draußen zu sein und den anderen in Ruhe arbeiten lassen zu können. Dieses bittere Szenario ist jetzt seit fast sechs Wochen Realität und so langsam geht man auf dem Zahnfleisch. Ich denke, es ist dringend an der Zeit, Spielplätze zu öffnen. Ich finde, die Schließung hat sowieso nur begrenzt Sinn gemacht. Zum einen ist das eh die ganze Zeit draußen. Die Wissenschaftler haben schon gesagt, dass eine Oberflächenansteckung kaum möglich ist. Und so der gemeine Wochenmarkt, glaube ich, bietet sehr viel mehr Ansteckungsgefahr und weniger Abstand, als wenn man das auf dem Spielplatz haben kann. Also das war eine Stimme, die wir ganz viel gehört haben von unterschiedlichen Eltern, die uns geschrieben haben. Warum sind die Spielplätze zu? Und gerade wenn man das vergleicht eben mit vielen, vielen anderen Situationen, die mindestens so gefährlich sind, es wurde dann auch der Wunsch geäußert, dass man das doch einfach ein bisschen kreativer gestalten könnte. Ja, man kann ja einfach sagen, nur so und so viele Kinder pro Spielplatz. Man kann sagen, die müssen von Eltern begleitet werden, die Abstände durchsetzen. Also man kann sich tausend Dinge überlegen, aber die Radikallösung, alle Spielplätze zu, das ist schon hart. Das ist sozusagen die Perspektive der Eltern, die halt wirklich nicht mehr wissen, wohin mit ihren Kindern und die mal raus müssen. Aber dann gibt es eben auch die Perspektive, wo viele darauf hingewiesen haben. Hier geht es auch um Kinderrechte. Auch Kinder brauchen Gesellschaft, auch Kinder haben eine Psyche und darauf hat Erik auch hingewiesen. Also mir macht es schaffen, dass wir den Kindern viel weitgehendere Einschränkungen auferlegen als uns selber. Also wir selber versuchen unser Leben, soweit es irgendwie geht, aufrechtzuerhalten. Wir machen Videokonferenzen, kommunizieren mit Arbeitskollegen oder auch mal mit Freunden über Skype bei einem Wein. Und das geht bei den Kindern nicht. Die können nicht spielen über Skype. Und ich würde mir wünschen, dass wir viel da kreativer denken, dass wir lieber Regeln einführen am Spielplatz, als den mit Flatterband abzusperren. Und dass wir nicht einfach den Kindern alles verbieten, wie im 19. Jahrhundert in der Ecke stehen, Auge zuhalten, Hände waschen. Und Thomas, ein anderer Hörer von uns, der hat auch darauf hingewiesen, was das konkret für Folgen haben kann, die er auch schon an seinen Kindern beobachtet. Also ich denke, die Situation wird für die Kindergartenkinder immer belastender. Die Eltern sind jetzt mehrere Wochen in Doppelbelastung, Homeoffice, Home-Kita und haben da vielleicht auch nicht mehr die allerkreativsten Ideen. Irgendwann werden alle Tage gleich, Spielzeuge sind ausgespielt, zu viel Medienkonsum, schon zu früh am Tag und die Folgen davon merkt man dann auch. Es wird dann immer schwieriger, die Kinder an die frische Luft zu bekommen. Draußen darf man nichts, was Spaß macht. Fußball spielen, darf man nicht auf dem Sportplatz, sondern nur auf der buckligen Wiese, wenn überhaupt, nicht mit Freunden, Abstand halten und Joggen ist jetzt auch nicht so das Angebot für Kinder. Und die Kinder, die brauchen einfach andere Kinder, um auf neue Ideen zu kommen und da fehlt das Soziale, das fehlt den Kleinen genauso wie den Großen. Und die Eltern stehen dann vor schwierigen Entscheidungen, die Corona-Regeln noch die x-te Woche durchzusetzen oder irgendwie doch darauf zu hören, was das Beste für ihre Kinder ist. Ja, also ich finde, da vieles davon hat mich spontan sofort überzeugt, vor allem, wenn man das eben so ein bisschen ins Verhältnis setzt zu den Lockerungen, die es an anderer Stelle gibt. Sandra hat uns noch geschrieben, uns macht am meisten zu schaffen, dass die Interessen der Kinder in der aktuellen Lockerungsdebatte verdammt nochmal hinten runterfallen, O-Ton von ihr. Und dass wir Familien mangelsmächtiger Lobbyvertreter einfach keine Rolle zu spielen scheinen. Und also, wie gesagt, wir haben eben dargestellt, die wissenschaftliche Grundlage ist schwach. Man kann nicht sagen, die eine Maßnahme ist so viel wirksamer als die andere. Und in dieser Situation finde ich das schon auch verdächtig, dass eben im Bereich Wirtschaftsleben die Malls geöffnet werden, die Malls, wo die Leute sich drängen in irgendwelchen Fluren von Einkaufszentren. Zugleich aber im Bereich Familien so viel weniger passiert. Also ich hätte daraus, ich würde daraus zwei Sachen machen. Also ich bin skeptisch, ob diese Öffnungen jetzt die richtige Idee sind. Wenn die Politik das aber entscheidet, was man auf eine Art nachvollziehen kann und was legitim ist, dann läufst du automatisch in so eine Debatte rein, welche Öffnungen sind zu rechtfertigen, welche sind gerecht. Denn alle auf einmal sind sicher zu viel. Geht nicht. Und da brauchst du klare Kriterien, welche öffnen wir. Und da habe ich auch das Gefühl, wenn man sich dafür entscheidet, gesellschaftliche Bereiche jetzt wieder zu öffnen, dann brauchst du A, klare Kriterien. Und dann erscheint es mir, unverhältnismäßig zu sein, zu sagen, Kitas und Grundschulen und Schulen ja auch viele andere, bleiben erst mal zu für mehrere Monate. Bei den ganzen hohen Kosten, die die Familien, die Eltern und die Kinder auch zu tragen haben. Und ich vermisse das. Und da würde ich hier der ehemaligen Familienministerin, wie hieß sie nochmal, die ist jetzt Kolumnistin bei der Welt, habe ich jetzt vergessen. Jedenfalls hat die ein Interview gegeben und die hat auch mangelnde Innovation angemacht. Ich würde auch sagen, wenn man das schon schließt und sagt, wir können das nicht öffnen, dann kann man nicht einfach nur sagen, ist zu. Geht gar nichts. Kommt irgendwie klar. Ja, es gibt vielleicht ein bisschen Geld, aber kommt erst mal klar. Sondern da muss man ein bisschen mehr Kreativität an den Tag legen. Also es gab halt sechs Wochen Zeit, sich da was zu überlegen. Und sie sagt halt auch, man kann Kleingruppen einkommen, man kann Gemeindeseele und Bürgerhäuser ausweichen, um die Gruppen kleiner zu machen. Über das Personal halten. Über das Bundesfreiwilligendienstler ranziehen und so. Also irgendwie da mehr Kreativität walten lassen, um vielleicht nicht komplett alles dicht machen zu müssen, aber trotzdem irgendwie sowas wie Abstand oder Hygiene oder sowas trotzdem gewährleisten zu können. Da würde ich den Eltern recht geben. Da würde ich sagen, da haben sie einen Punkt. Ja, denn man muss ja einfach sehen, die Eltern haben auch persönlich einfach eine sehr, sehr starke Belastung. Viele haben darauf hingewiesen, dass sie einfach zurzeit viel zu viele Bälle auf einmal jonglieren müssen. Man muss den Beruf im Homeoffice irgendwie schaffen. Telcos, Videokonferenzen. Man muss die Kinder beschäftigen. Das fällt immer schwerer, wenn die keinen Kontakt zu anderen Kindern haben. Man muss den Kindern bei der digitalen Schule helfen. Da schrieb uns ein Hörer, der uns keinen O-Ton schicken wollte. Ich sitze oft in meinem Homeoffice und höre die Kinder schreien, zanken und muss gleichzeitig in Meetings präsent sein. Es bricht mir regelmäßig das Herz. Ich fühle mich schuldig, weil ich zu Hause bin, aber doch nicht für meine Familie da. Und ich fühle mich schuldig, weil ich auf der Arbeit nicht die Leistung bringen kann, die gerade notwendig wäre. Ich arbeite bei einem wichtigen Infrastrukturanbieter. Zeitgleich sind wir aber auch auf mein Gehalt angewiesen, da es wie gesagt aktuell unser einziges Einkommen ist. Und er hat einfach das Gefühl, niemandem gerecht zu werden. Und diese Stresssituation, die führt dann mitunter wirklich auch zu ganz bedenklichen Effekten. Also ein Vater berichtete von seiner Angst, dass ihm, wie er das formulierte, die Hand ausrutscht. Stichwort häusliche Gewalt, dass er irgendwann anfängt, seine Kinder zu schlagen, muss man sich mal vorstellen. Und das ist durchaus kein theoretisches Szenario. Also die Polizei Berlin berichtet seit Beginn der Corona-Zeit von einem 33-prozentigen Anstieg der Einsätze wegen häuslicher Gewalt. Das ist natürlich nicht immer Eltern gegen Kinder. Das kann natürlich auch sein, dass es sich um Beziehungskonflikte handelt. Klar, es sind auch keine Verurteilungen. Macht die Lage jetzt aber auch nicht besser. Macht die Lage auch nicht besser, wenn Männer ihre Frauen schlagen oder andersrum, soll es ja auch geben. Wie gesagt, es sind keine Verurteilungen, es sind erstmal nur Polizeieinsätze. Aber ich denke, der Trend ist schon sehr deutlich, dass einfach die Nerven blank liegen. Und deswegen sehe ich da auch den Staat ganz deutlich einfach in einer Schutzverantwortung, auch diese Dinge mehr in den Blick zu nehmen und sich zu überlegen, wie man da für Entlastung sorgen kann. Philipp, du hast eben schon ein bisschen Kreativität eingefordert. Und um das noch so ein bisschen wissenschaftlich zu unterfüttern, wird zurzeit natürlich auch aus der Perspektive der Forschung versucht, da mal neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wir haben da noch in dieser Woche wieder eine Studie, auf die wir gerne hinweisen möchten von Elisa Oppermann. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg am Lehrstuhl für Elementar- und Familienpädagogik, die uns auch einen Ton geschickt hat, was sie mit ihrer Studie bezwecken. Genau, und damit ihr mich versteht, muss man wissen, ihre Studie, ihre Umfrage richtet sich an Eltern mit Kita-Kindern. Wir untersuchen in einer aktuellen wissenschaftlichen Umfrage, wie ihr als Eltern mit der Corona-Zeit und den Kita-Schließungen umgeht. Uns interessiert, wie ihr euch zu Hause organisiert, was euch besonders belastet und welche Auswirkungen die Situation auf euer Familienleben hat. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr teilnehmt. Mit dieser Teilnahme helft ihr uns, die Auswirkungen der Kita-Schließungen auf das Familienleben besser zu verstehen, aber auch die Öffentlichkeit und Politik auf die Situation von Eltern aufmerksam zu machen. Link dazu, wie immer in den Shownotes. Ich habe es gesagt, am Anfang, Koalitionsausschuss hat 150 Euro für Kinder bereitgestellt, um sich an die technischen Gegebenheiten von Digitalunterricht anzupassen. Da muss man sagen, Leute, das ist ein Witz. Also für 150 Euro, dafür kriegst du halt ein schlechtes Android-Smartphone, aber das war es dann auch. Das ist zu wenig und da, finde ich, kann man die Versäumnisse der Vergangenheit nicht mit wettmachen. Ich sehe das, wie gesagt, am Schulalltag meines eigenen Sohnes, dem wurde jetzt von seiner Schule insgesamt acht oder neun Tools angeboten, um irgendwie Hausaufgaben, Kommunikation mit Lehrern, Aufgaben etc. zu bewältigen. Und da muss man sagen, Leute, das ist das Einmaleins der digitalen entfernten Lehre. Ein Tool, ein Werkzeug, in dem alles stattfindet. Da müssen nicht alle mit Happy sein, aber das muss vorgegeben sein. Und es gibt da Lehrer, die sagen, Microsoft mag ich nicht, ich wehre mich, ich will damit nichts zu tun haben. Also ich kann das verstehen, das ist sicherlich nicht optimal. Aber erstens, wenn man damit ein Problem hat, dann hättet ihr euch da vorher drum kümmern müssen, um dann im Krisenfall aufgestellt zu sein. Jetzt im Krisenfall zu sagen, oh ja, aber die Firma ist doof und da passt das jetzt auch nicht. Das ist zu spät, da muss man sagen, was ist wichtig? Wichtig ist, dass in dieser schwierigen Situation die Kinder, alle Kinder, den bestmöglichen Unterricht kriegen. Und dann ist das im Zweifel auch mal ein Microsoft-Produkt. Ja, dann ist das eben so. Und dann kann man sich hinterher, wenn alles vorbei ist, überlegen, war das gut, war das nicht gut, wollen wir was anderes, was haben wir gelernt? Aha, dann installieren wir uns selber irgendein Free-Off-Open-Software-Tool auf unserem Server. Also wir haben ja auch schon in der Lage schon öfter empfohlen, Next Cloud Talk, das ist jetzt auch nicht super duper. Da muss man ganz ehrlich sagen, da muss man auch eine Runde rumkonfigurieren. Oder Big Blue Button ist auch noch so ein Ding. Also da würde ich zum Beispiel auch an der Stelle nochmal den Appell an die Open-Source-Community loswerden. Leute, nehmt doch vielleicht einfach mal diesen Warnschuss ernst, dass jetzt alle Leute Microsoft-Produkte und Zoom verwenden, die datenschutzrechtlich sicher nicht so ganz toll sind. Ich sprach neulich mit einem Freund, der die Open-Source-Szene ganz gut kennt und er sagte, naja, die Nerds, die chatten halt alle, die brauchen kein Video. Aber es wäre halt, glaube ich, für die Open-Source-Welt generell einfach ein Riesen-Pluspunkt, wenn es ordentliche Chat-Lösungen gäbe. Ich habe das ja selber gesehen, für die Gesellschaft für Freiheitsrechte administriere ich ja unseren Chat-Server. Und das ist, wie soll ich sagen, jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig, da irgendeine funktionierende Lösung auf die Beine zu stellen. Insofern, liebe Leute, versucht doch mal. Und natürlich ist es auch wiederum eine Frage der Finanzierung, richtet sich dann wiederum auch an den Bund. Doch vielleicht mal darüber nachzudenken, ob man da nicht über eine Open-Source-Förderung einfach mal dafür sorgen kann, dass richtig gute Coder sich mal ein Jahr hinsetzen können. Aber da ist wirklich Pragmatismus jetzt gefragt. Aber jetzt, genau, das war jetzt der Appell quasi in der mittelfristigen Perspektive. Kurzfristig muss man sagen, wird es ganz ohne Kompromisse beim Datenschutz wohl nicht gehen. Aber da würde ich auch sagen, Philipp, das ist wieder so ein Beispiel, da ist Datenschutz-Extremismus einfach jetzt nicht das Gebot der Stunde. Sondern das ist natürlich blöd, wenn da Lösungen da an dieser Stelle Schweinereien machen. Aber auf der anderen Seite, wenn die Kinder nicht beschult werden können über Monate, dann sind das auch dramatische Einschränkungen von Freiheitsrechten. Der Datenschutz ist nicht das einzige Grundrecht. Das ist wieder ein schönes Beispiel, wenn man muss herstellen, was die VerfassungsrechtlerInnen so schön die praktische Konkordanz nennen. Ja, Grundrechte müssen alle irgendwie zur Geltung kommen. Und es ist eben nicht so ganz einfach. Ja, vor allen Dingen, weißt du, da geht es jetzt aber nicht um Gesundheitsdaten. Da geht es einfach um, welche Aufgaben mache ich eins plus eins und welche IP-Adresse benutzt du. So, und für zwei Monate oder so. Weißt du, da muss ich einfach sagen, da habe ich kein Verständnis dafür. Wenn die sich lange um nichts kümmern, alte Software zur Verfügung stellen und dann im Zweifel, wenn es eng wird, sagen, ja, nee, läuft nicht. Geht leider nicht, ne, Datenschutz. Das kann irgendwie nicht richtig sein und so richtig cool ja auch dieser Move der Berliner Bildungsverwaltung, hast du das mitgekriegt? Ich habe das gelesen. Du hast das gelesen? Ich habe das gelesen. Da geht rum von der Berliner Schulverwaltung. So eine Checkliste irgendwie, ne? So eine Empfehlung an die Schulen. So eine Checkliste, Kriterien. Eine Online-Larning-Plattform muss erfüllen. ABCs, Server müssen in Deutschland stehen, Anbieter muss in Deutschland gemeldet sein und seinen Sitz haben, seinen Hauptsitz haben. Muss ein Datenschutzbeauftragter haben. Datenschutzbeauftragter und so weiter und so weiter und so weiter. Kriterien, wo man sagen kann, ja, okay, 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 okay und dann erwartet man so, ja und unten und deswegen empfehlen wir folgende Plattform, nein. Das kommt nicht, das kommen nicht, das sollen die Schulen machen. Sie sagen, sie haben dafür keine Ressourcen, aber die Schulen sollen die Ressourcen haben. Die Schulen sollen sich hinsetzen können und sagen können, ja, okay, das sind unsere, ich weiß jetzt nicht, 38 Kriterien und deswegen nehmen wir diesen Dienstleister. Das ist ein absoluter Vollwitz. Wenn Beamte, Beamtinnen, eine Verwaltung irgendeine Funktion haben, dann ist das sowas. Diese Dienstleistung für Schulen bereitzustellen und zu sagen, deswegen empfehlen wir diesen Dienstleister. Ihr könnt auch einen anderen nehmen, wenn ihr einen habt, der diese Kriterien erfüllt, aber das ist der Dienstleister, den wir aus dem Grund empfehlen. Das wäre doch die Empfehlung, oder? Also, der geht mir absolut der Hut hoch. Und dann hast du diese Situation, mein Sohn, der kriegt irgendwie drei, vier gevorwortete E-Mails mit irgendwie unbenannten Word-Attachments hinten dran und irgendwie Aufgaben in diesen Textwüsten, die er dann irgendwie rausfrickern soll. Der hat allein zwei Stunden gebraucht, um sich seine Aufgaben irgendwie zurechtzulegen, auszudrucken, zu sortieren. Immerhin gibt es Aufgaben. Okay, Schwamm drüber. Ja, also die Botschaft ist klar. Ja, mittelfristig brauchen wir datenschutzrechtlich saubere Lösungen. Kurzfristig hilft es alles nichts, kann man Datenschutz nicht absolut setzen, sondern muss man einen pragmatischen Kompromiss finden. Und der Kompromiss kann nicht lauten, es findet de facto kein Unterricht statt. E-Mail, weil das so datenschutzfreundlich ist. So, womit wir beim nächsten Thema wären. Stimmt. Was macht eigentlich unsere Tracing-App? Ja, die Tracing-App, da gibt es Nachrichten aus dem Bundesgesundheitsministerium. Das hat sich nämlich jetzt für den Standard PEPPT entschieden, über den wir auch schon mal berichtet hatten. Das gut fanden wir, dass es eine europäisch einheitliche Lösung sein sollte. Was das datenschutzrechtlich wirklich kann, das Ding oder dieser Standard, da waren wir auch nicht so richtig sicher. Klar ist nur, die App wird sich so ein bisschen verzögern, Philipp. Also, sieht so aus. Ich bin da nicht so ganz auf dem Stand, aber ich habe nur mitgelesen, dass sich einige, die an diesem Konsortium mitgearbeitet haben, daraus verabschiedet haben. Ja, das ist wohl so. Weil sie sagten, das sei nicht transparent genug und hätte sich auch von den ursprünglichen Grundsätzen, von der ursprünglichen Idee mal verabschiedet. Also, von außen betrachtet sieht das so aus, als würde das zerfallen. Oder ist das zu viel gesagt? Also, ich glaube, ganz zerfallen ist ein bisschen viel gesagt. Aber jedenfalls, sagen wir mal, ist PPT in ganz schwieriges Fahrwasser geraten. Da gibt es gerade, muss man so deutlich sagen, einen richtigen Glaubenskrieg unter Nerds. Also, vor allem unter InformatikerInnen, Kryptoexperten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei diesem ganzen Streit ist so die wesentliche Frage eigentlich aus dem Blick verloren gegangen. Nämlich, wie baut man Vertrauen auf? Das war ja auch in der Diskussion hier in der Lage immer das ganz zentrale Ding. Deswegen, wie ich gesagt habe, ich fand das ein bisschen schade, dass man von Stefan Brink da so gegengesteuert hat auf Netzpolitik. Da ging es nicht darum, das ist irgendwie auf Twitter ein Vorwurf gewesen, eben den Mund zu verbieten. Ich käme ja überhaupt nicht darauf, wie auch. Sondern da ging es darum zu sagen, ist das geschickt? Baut das Vertrauen auf. Und wenn man das aus der Perspektive mal betrachtet, Vertrauen, ja. Und dann haben sich da im Grunde alle Akteure in der letzten Woche oder in den letzten Wochen nicht so ganz mit Ruhm bekleckert, muss man so deutlich sagen. Das Robert-Koch-Institut hat großes Chaos angerichtet, indem sie diese Datenspende-App rausgehauen haben, die nichts zu tun hat mit Tracing, die aber dann von so einem Berliner Startup programmiert wurde. Schlecht programmiert wurde, zumindest potenziell. CCC-Analyse sagt Katastrophe. Katastrophe. Können wir nicht selber einschätzen. Aber was ich gelesen habe, ist, dass es eben potenziell im Code darauf angelegt ist, eben durchaus mehr Daten rauszuliefern als die, die gefragt sind. Das passiert vielleicht in dem Code nicht, aber wenn man den Code anguckt, ist es zumindest nicht schwer, das dann da einzubauen. Also mit anderen Worten, klingt gar nicht gut. Und sowas veröffentlicht das Robert-Koch-Institut irgendwie ein, zwei, drei, vier Wochen, bevor die Tracing-App kommt, die dann wirklich wichtig ist, kann man nicht verstehen. Die Union zum Beispiel hat auch Ängste geschürt, insbesondere der junge Unionschef Tilman Kuban. In dem er gleich gefaselt hat von Zwangs-Apps. Der meint also, die müssten zwangsweise eingeführt werden. Da hatte mich dann die Welt dazu gefragt, was ich denn dazu sage. Und naja, also verfassungsrechtlich ist die Bewertung leider so, dass so Zwangs-Apps vermutlich möglich wären, weil das immer noch ein deutlich milderes Mittel ist, als Leute zu Hause im Lockdown zu halten. Was dann leider in diesem Interview irgendwie nicht so richtig zum Tragen kam, war, dass ich das selbstverständlich politisch ablehne. Ich habe halt nur eine verfassungsrechtliche Einschätzung eingegeben, sofort dazu gesagt, ich will keine Zwangs-Apps. Das kam in dem Artikel nicht raus und seitdem kriege ich irgendwie drei Presseanfragen am Tag. Wie jetzt, wo wir ja, Sie sind für Zwangs-Apps. Nein, ich war noch nie für Zwangs-Apps. Die sind nur leider verfassungsrechtlich wohl zulässig. Habe ich euch extra noch keine Gegenposition gesehen. Aber auch PEPPT, das Konsortium, hat ein Eigentor nach dem anderen geschossen diese Woche. Oder generell in den letzten Wochen, muss man leider sagen, also ich weiß nicht, Philipp, wie hast du das wahrgenommen? Nicht die beste Kommunikation? Nicht die beste Kommunikation. Der Stern hat einen Artikel veröffentlicht über den Chris Boos, der also mit seiner Firma da zu den zentralen Figuren in diesem Konsortium gehört. Und der Stern hat mal nachgeschaut, wie hält es denn eigentlich diese Firma mit Transparenz und hat festgestellt, dass da Geschäftsberichte nicht rechtzeitig fristgerecht veröffentlicht wurden. Und dass in dem Konsortium auch Firmen beteiligt sind, die ihren Sitz auf den Steueroasen haben und so. Die luxemburgische Briefkastenfirmen und so. Shady, shady. Da muss ich sagen, also ja, das dient nicht dazu, um Vertrauen aufzunehmen. Nee, das ist genau das Problem. Es entsteht so ein bisschen da. Und ich meine, das ist ja so eine Big-Data-Bude, was die da an künstlicher Intelligenz-Bude. Und da wurde jetzt, sagen wir mal, jedenfalls die Sorge geäußert, es gehe da im Kern um die möglichst viele Daten. Und das ist natürlich wiederum so ein bisschen gefährlich, weil per PT nun ja gerade eine serverbasierte Lösung ist, wo es zwar keinen allwissenden Server gibt, was ja so die Definition des CCC ist, was gar nicht geht. Also ein allwissender Server ist es nicht, aber immerhin zentraler Server. Und wenn man das alles so ein bisschen zusammensieht, dann wird man doch skeptisch. Wie gesagt, wir haben uns in der Lage, da Verhalten positiv geäußert, bevor man so richtig wusste, was per PT macht. Klang das gut, aber aus heutiger Sicht, I don't know. Auf der anderen Seite, DP3T und das dezentrale Gegenmodell hat, finde ich, jetzt auch nicht die geschickteste Kommunikationsarbeit gemacht. Eine riesige Kampagne gegen per PT gefahren, Rhetorik vom Weltuntergang. Und das ist also aus der Datenschutzperspektive, als eine Riesenkatastrophe sei. Und da muss man ja sagen, selbst wenn sie das glauben, so aus der Nerd-Perspektive, dass ihr Konzept jetzt IT-technisch Vorteile hat, das haben auch manche Menschen in unseren Kommentaren vertreten, da gibt es auch offene Briefe, einen, den 300 Leute unterschrieben haben, dass das tatsächlich datenschutzrechtlich problematisch sei. Mag ja alles sein, aber auch dieses Konzept hat seine Nachteile und die Details versteht eh kein Mensch da draußen. Aber was im Ergebnis erreicht wurde, durch diese Kommunikation von PEPPT und diese harte Kritik von DP3T, als Ergebnis dieser Nerd-Debatte ist in der Bevölkerung halt einfach ein Riesenmisstrauen gegen solche Tracing-Apps insgesamt entstanden. Und das ist genau das, was wir vor zwei, drei Wochen schon in der Lage befürchtet haben. Man zerredet es, bevor es überhaupt eine App gibt. Und das ist natürlich einfach wahnsinnig ärgerlich, denn jedenfalls weitestgehend besteht ja Einigkeit unter Epidemiologen, dass man Tracing-Apps als einen Baustein eines Konzepts braucht, um Kontakte nachzuverfolgen. Und deswegen wäre, also ich erlebe das ja auf Twitter auch, ich habe mich da immer quasi sehr, genau wie in der Lage letzte Woche auch, sehr diplomatisch geäußert und gesagt, liebe Leute, beide Modelle haben Vor- und Nachteile, die muss man gegeneinander abwägen. Das hat auch eine politische Seite und so. Und deswegen würde ich auch heute auch mal sagen, Nerds, kommt mal so ein bisschen runter. Ihr könnt die Politik beraten mit eurer Kompetenz. Das ist auch total wichtig. Die Politik braucht ja möglichst gute technische Grundlagen. Aber diese Hasskampagne gegen PPT war aus meiner Sicht kontraproduktiv, weil sie das Klima total vergiftet hat. Ich habe immer gesagt, die User sollen das entscheiden. Warum nicht einfach zwei Modelle und dann kann man das nicht machen? Ja, weil zwei Modelle ist dann ja das Problem. Du musst ja eine App haben. Nö, nicht unbedingt. Die können, wenn die Apps entsprechend kompatibel sind. Also PPT hatte ja von Anfang an so einen Roaming-Ansatz. Da war ja von vornherein die Idee, wir bauen eine Beispiel-App. Das ist egal, es gibt drei Apps, aber die landen mehr oder weniger, die Daten landen alle an einer Stelle. Nee, die Daten nicht, aber es gibt quasi Austausch-Schnittstellen, sodass es egal ist, mit welcher App du Tracing machst. Und das wiederum ist ja auch so die Idee hinter diesem Apple-Google-Ansatz, dass zwischen Androids und iOS-Geräten jedenfalls diese Bluetooth-Funkerei einem bestimmten Muster folgt. Naja, also die Frage, die für mich ja bleibt, ist, also kommunikativ war das nicht gut. Trotzdem besteht ja vielleicht die Chance, wenn man dann irgendwann eine fertige App hat, dass man das irgendwie wieder gerade zerren kann und man kommuniziert, das ist jetzt die App, die funktioniert so und so. Hoffen wir mal. Die Frage ist ja, wann kommt denn das? Tja, das ist nicht so richtig klar. Es wurde jetzt irgendwie mal gemunkelt, der 11. Mai sei so ein Stichtag, wo Peppity eine erste Muster-App veröffentlichen will. Es gibt zugleich ja schon eine ganze Reihe von anderen Apps, die so in so einem Beta-Stadium sind. Es gibt auch, wenn ich es richtig gesehen habe, aus dem DP3T-Lager so allererste Ansätze einer Referenz-Implementierung. Aber bislang sehe ich das noch nicht, dass da irgendwas konkret auf dem Markt ist. Apple und Google haben so die ersten Dokumentationen für ihre Programmierstelle veröffentlicht. Da habe ich auf Twitter gesehen, gibt es auch jetzt erste Coder, die so quasi so ganz rudimentäre Apps gebaut haben mit dieser API. Die API scheint also tatsächlich zu funktionieren. Aber wie gut das dann im Tracing-Einsatz klappt, weiß der Himmel. Es gab so ein paar Anfragen, die gefragt haben, was hat ein Ulf da für Aktien drin? Also war ja eine recht engagierte Diskussion. Und dann kamen wir so Fragen, ja, ist Ulf da irgendwie mit involviert? Wir können alle beruhigen. Nein, sag mal in welcher Frage. Ja, natürlich habe ich keinerlei wirtschaftliche Verbindungen, weder zu PPT, irgendeiner der beteiligten Filme, oder auch zu DP3T. Im Gegenteil, ich hatte beratende Kontakte zu beiden Seiten. Also ich habe mit Thomas Wiegand, das ist der Leiter vom Heinrich-Herz-Institut, hier in Berlin gesprochen, wegen einzelner Datenschutzfragen. Auch nicht alleine, das war, also wir hatten auch mal eine Telco, wo noch zwei andere Forscher mit dabei waren. Beratung aber unentgeltig, einfach so. Ja, selbstverständlich. Einfach nur so, was denkt ihr, könnte man das so machen? Ich hatte aber auch mal eine Telco mit Pamela Troncoso. Ja, das ist so eine der führenden Figuren hinter DP3T. Ich hatte auch mal eine Gesprächsanfrage von Michael Wiel. Das ist noch so ein, wie soll ich sagen, sehr engagierter Verfechter von DP3T. Hatte ich auch diese Anfrage bekommen, habe ich auch angenommen, einen Vorschlag gemacht. Da kam dann von seiner Seite aber irgendwie nichts mehr. Also mit anderen Worten, ich bin da total neutral. Ich habe mit beiden Seiten Kontakte gehabt. Ich habe auch versucht, beide Seiten zu beraten. Mir geht es vor allem darum, dass da eine App kommt. Insofern bin ich nicht neutral. Ich habe von Anfang an gesagt, ich halte eine Tracing-App für total wichtig. Ich halte sie auch datenschutzrechtlich, wenn man das sauber macht, für vertretbar. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Baustein in so einem Konzept. Und da bin ich ja zum Beispiel auch mit den Epidemiologen auf einer Seite. Das ist jetzt ja nicht irgendwie meine spontane Meinung. Wir haben jetzt noch ein ganz kurioses Thema. Ist uns irgendwie auf die Füße gefallen in mehrerer Hinsicht. Oder über den Kopf geflogen. Über den Kopf geflogen. Da kamen auch interessanterweise ja Fragen in den Kommentaren. Mir war das lustigerweise auch als Thema aufgefallen. Und zwar war ich irgendwie neulich am Wochenende Lagerfeuer gemacht, saß unter dem Nachthimmel. Und auf einmal meinte mein Sohn so, sag mal, was ist denn das da oben? Und dann zog so ein Leuchtpunkt irgendwie so über den Nachthimmel. Und ja, ja, sinngemäß so ISS, also internationale Space Station. Sieht man manchmal so ganz interessant. Und dann kam aber der nächste Punkt kurz dahinter. Und dann kam der nächste Leuchtpunkt kurz dahinter. Also immer in so einem gleichen Abstand. Das zog so. Also Sternschumpen konnten das nicht sein. Sternschumpen konnte das nicht sein. Das zog so von West nach Ost über den Nachthimmel. Ein ganz gleichmäßiges Tempo. Gleichmäßiger Abstand voneinander. Was habt ihr so geraucht am Feuer? So voneinander. Und ich dachte, was ist das denn? Und ich dachte, mein Gott, was ist das? Und man so zählte dann so 20, 30. Dann war er irgendwann bei 40. Das hört überhaupt nicht mehr auf. Da gibt es übrigens auch ein Kapitelbild. Also wenn ihr eine gute App einsetzt, dann seht ihr das jetzt gerade. Also jetzt nicht die Jungs live streamen. Ich habe ein Foto gemacht. Genau. Also wenn ihr das gleich, wenn ihr das hier in der App hört, dann könnt ihr euch das angucken. Hat Philipp auch getwittert. Genau. Und das war ganz lustig. Als du das getwittert hast, hörte man so oder spürte man so ein bisschen. Da warst du etwas nervös. Ich war nervös. Ich dachte, was ist das? Ja. Und dann habe ich das Foto gemacht, getwittert. Und dann kam halt schnell, aha, das ist Elon Musk, SpaceX und zwar Starlink-Satelliten. Das war wirklich völlig an mir vorübergezogen. Aber es ist halt so, Elon Musk, PayPal-Gründer, Milliarden verdient, Tesla gegründet, SpaceX gegründet, so eine private Raumfahrtfirma. Und die haben tatsächlich dieses Projekt Starlink in die Welt gesetzt mit Satelliten, Internet liefern für ländliche Regionen und am Ende letztlich auch global. Also die Flotte soll irgendwann bestehen aus 12.000 Satelliten. 12.000? 12.000 Satelliten. Konfektioniert ist das technisch wohl für 42.000 Satelliten. Also insgesamt, aktuell sind wohl insgesamt von allen möglichen zweieinhalbtausend Satelliten kreisen so um die Erde. Nicht von Starlink, sondern so insgesamt an Satelliten. Zweieinhalb. Und die wollen halt insgesamt von ihrer Firma alleine 12.000 launchen. Und das, was du gesehen hast, das waren also dann Satelliten von denen, die schon im Orbit waren, die da einfach vorbeizogen. Genau. Also es sind jetzt nochmal 60 dazugekommen. Aktuell sind es wohl 420 Starlink-Satelliten, die unterwegs sind. Im Sommer sollen es 500 sein. Und mit 500 soll wohl es ausreichen, um die USA mit Internet aus dem All zu bedienen. Und mit 800 bis 1200 soll weltweite Abdeckung möglich sein. Und so in sieben Jahren sollen es wohl 12.000 Satelliten sein, die da rumkreisen. Also das ist so der Zeithorizont aktuell. Wie gesagt, 400, 420, demnächst 500, 1.000, irgendwie sowas in der Gegend. Die fliegen halt relativ nah, 330 bis 560, 80 Kilometer um die Erde, wiegen so 250 Kilo das Stück. Das heißt, man kann auch mehrere auf einmal hochschießen? Man kann auch mehrere auf einmal hochschießen. Da werden immer so im 60er-Pack welche hochgeschossen. Die sollen sich irgendwann mal untereinander mit Laser verständigen. Also dass die Daten quasi von Satelliten per Laser weitergereicht werden. Das ist momentan wohl noch nicht möglich. Deswegen brauchen die halt noch viele Bodenstationen. Aber das ist die Idee. So eine Art Mesh-Netzwerk. So eine Art Mesh-Netzwerk. Die kriegen kreisen erdnah, aber in unterschiedlichen Höhen, zwischen 300, 500, 600, auch 1.000 wohl um die Erde. Und da habe ich halt einen so einen Pack gesehen. Und da stellte sich natürlich sofort die Frage, wie kann das jetzt jeder machen? Weißt du, kann jetzt einfach jeder, der es kann, der irgendwie Geld hat und so kleine Satelliten ins All schicken kann. Können wir da einfach jetzt Tausende von Satelliten ins All schicken? Und da haben wir eine Anfrage sofort gestellt an Professor Stefan Hobe, seines Zeichens Direktor im Institut für Luftfahrtrecht, Weltraumrecht und Cyberrecht an der Uni Köln. Und er hat sofort gesagt, klar, machen wir ein Interview. Und das haben wir vorher aufgezeichnet. Und meine erste Frage war natürlich, können jetzt so Firmen wie die von Elon Musk einfach machen, was sie wollen? Das ist eine ganz schwierige Frage, eine schwierige Frage zu beantworten, denn das internationale Recht für menschliche Aktivitäten im Weltraum oder kurz gesagt Weltraumrecht ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Das ist schon 60 Jahre alt. Und damals hat man in den 1960er Jahren, hier ist vor allem der Weltraumvertrag einschlägig und das Registrierungsabkommen, hat man an diese konkreten Nutzungen noch nicht so gedacht. Ich meine, dass zunächst einmal gegen die Nutzung des Weltraums durch solche Satelliten, auch durch mehrere Satelliten, kein wirklich rechtlicher Einwand besteht. Zumal die ja alle von der amerikanischen FCC, der entsprechenden Aufsichtsbehörde, genehmigt worden sind. Allerdings die Sache zum Problem wird, wenn sich tatsächlich das Ziel dieser ganzen Operation verwirklichen sollte, dass da also bis zu 12.000 Satelliten in den niederen Erdorbit bis zu 1.000 Kilometer über dem Meeresspiegel sich rumtummeln sollen. Denn dann ist die Nutzung durch andere deutlich herabgesetzt. Da müssten wir dann tatsächlich nochmal konkretere völkerrechtliche Überlegungen anstellen, um da gegebenenfalls auch zu einer Eingrenzung zu kommen. Im Ergebnis würde ich also sagen, keine Bedenken bei einer Nutzung nach nationaler Genehmigung von einigen Satelliten große Bedenken bei dem, was da insgesamt als Konstellation von bis zu 12.000 Satelliten gedacht ist. Jetzt ist es ja so, dass das Starlink ist so das glänzendste Projekt und auffälligste Projekt, weil man das eben auch sehen kann. Aber es gibt ja noch eine ganze Reihe von anderen Projekten. Können Sie da mal ein paar nennen, was da so an Nutzung im Weltraum so gedacht ist? Also ich habe gelesen, dass zum Beispiel die Japaner planen, zur Eröffnung der Olympischen Spiele einen künstlichen Meteoritenschauer zu erzeugen und das auch aus Satelliten machen wollen. Was ist da dran an solchen Projekten? Ja, das im Grunde genommen, das mit der Olympiade hat sich ja jetzt erstmal erledigt, gibt es in der Tat eine ganze Reihe dieser ganzen Geschichten. Das, was hier Elon Musk konkret geplant hatte, war ja die Verbesserung der Übertragungsmöglichkeiten für Internet weltweit zu machen, auch eben in solchen Gegenden, wo ansonsten diese Übertragungsmöglichkeiten nicht gegeben sind. Ob das das einzige Ziel ist, vermag ich nicht richtig zu beurteilen. Es ist vergleichsweise außerhalb der normalen Propaganda für diese Dinge nicht so furchtbar viel bekannt geworden. Ich kenne auch, habe nicht gesehen bisher, was sozusagen die konkreten Genehmigungsbescheide der FCC dazu aussagen. Interessant ist jedenfalls, dass der Weltraum zunehmend in das Zentrum des Interesses rückt, Klammer auch, natürlich auch des militärischen Interesses, von dem aber lieber keiner so deutlich spricht, Klammer zu. Ob die Konstellationen, die Schwarmkonstellationen auch in diese Richtung gegebenenfalls Dienste leisten können, ist mir konkret nicht klar. Aber das spielt sich sozusagen tatsächlich in dieser Art und Weise des nur in Andeutungensprechens ab. Das, was man hier als Nutzungsspekt zunächst hat, sieht ja wie ein Samariterdienst für sozusagen Internetabhängige, aber Internetunterversorgte Menschen aus. Ich würde gerne nochmal auf die Rechtslage im Weltraum etwas näher eingehen. Sie haben eben schon das Stichwort Völkerrecht genannt. Zugleich aber sind es ja hier privatwirtschaftliche Akteure, wie eben zum Beispiel die Firma von Elon Musk, die Satelliten ins Weltall schießen. Wer sind denn eigentlich die rechtlich Verpflichteten des Weltraumrechts und wie können gegebenenfalls private Akteure da eigentlich in die Pflicht genommen werden? Sind die da direkt auch quasi angesprochen vom Weltraumrecht? Sehr gut, sehr wichtige Frage, die Sie da ansprechen. Es ist folgendermaßen, zunächst richten sich die Weltraumverträge, fünf davon gibt es bisher in der Zeit zwischen 1967 und 1979 entstanden, richten sich an Staaten, wie das Völkerrecht sich in aller Regel ja immer an Staaten richtet. Aber schon der Weltraumvertrag von 1967 sieht die Möglichkeit vor, dass Private nach staatlicher Genehmigung auch zu den Bedingungen der Genehmigung hier im Unternehmen Satelliten etwa in den Weltraum schießen dürfen. Aber eben nur nach den Bedingungen und der entsprechende Staat, der diese Lizenz erteilt, legt die Bedingungen auf und nimmt damit sozusagen auch die Haftung auf seine Schulter. Denn es ist im Weltraumrecht so, dass es nur eine Staatenhaftung gibt. Es gibt keine Privathaftung. Das heißt, der Satellitendienst, der eine Lizenz bekommen hat, wenn er einen Unfall verursacht, würden es die Vereinigten Staaten von Amerika als Startstaat sein. Wir nennen das den Launching State, der hier in erster Linie der haftende Staat ist, sodass es sehr sinnvoll ist, wenn die FCC in diesen Fällen zu Elon Musk sagt, versichere bitte mal deine ganzen Satelliten, denn dieses hohe Risiko des Haftens wollen wir nicht eingehen. Nochmal, die Antwort im Kern adressiert das Weltraumrecht Staaten, sieht aber die Möglichkeit vor, Private mit staatlicher Genehmigung auch an Weltraumaktivitäten teilhaben zu lassen. Der Weltraum ist ja eine ganz klassische, beschränkte Ressource und im öffentlichen Recht kennt man das normalerweise zum Beispiel als die Vergabe von Marktständeplätzen. Ja, das ist ein klassisches Verteilungsproblem, es passen 20 Stände auf den Marktplatz und da muss man irgendeine Regel finden, nach welcher man diese Marktplätze an Marktstandbetreiber vergibt. Das Weltraum ist im Prinzip nicht so viel anders, es ist nur viel größer als ein Marktplatz. Die Frage daher, wer ist denn da eigentlich die passende Stelle, wenn es überhaupt eine gibt, um zum Beispiel Satellitenpositionen im Orbit zu verteilen? Oder kann da im Prinzip jeder erstmal was in den Weltraum schießen und hoffen, dass es nicht zum Crash kommt? Es gibt eine internationale Organisation, die Internationale Fernmeldeorganisation und den Internationalen Fernmeldeverein, die ITU, die eine sehr alte, eine der ersten internationalen Organisationen überhaupt war, eben als internationale Telefonie- und Telegrafenorganisation, schon im 19. Jahrhundert gegründet wurde, die heute für die administrative Betreuung der, sozusagen der satellitären Nutzung des Weltraums zuständig ist. Jedenfalls insofern, als sichergestellt sein muss, dass es sauberen Empfang der Satelliten gibt. Die müssen ja einmal entsprechende Signale aufnehmen und wieder abstraben. Da darf es nicht zu sogenannten Interferences kommen und dafür sorgt die ITU. Sie hat aber ganz geringe eigene regulatorische Kraft, ganz geringe eigene regulatorische Durchgriffsbefugnisse, sondern sie administriert sozusagen nur das friedliche Nebeneinander von Nutzungsmöglichkeiten. Wenn es also tatsächlich, und es gibt in der Tat das von Ihnen angesprochene Nutzungsproblem, eine Nutzungsengpass für den sogenannten geostationären Satellitenorbit. Das ist ein besonderer Orbit, 36.000 Kilometer über dem Meeresspiegel, der sich dadurch auszeichnet, dass dort applizierte Satelliten ein weltweit umfassendes Telekommunikationsdienstwerk sozusagen in Szene setzen können. Deshalb sind sie sehr begehrt, die Satellitenparkplätze, und auch nur in begrenzter Anzahl vorrätig. Damit haben sie wiederum das Verteilungsproblem. Und die internationale Fernmeldeunion sorgt dafür, dass es jedenfalls nicht zu, noch einmal, harmful Interferences kommt, dass also sozusagen die Nutzung von Satellitenpositionen nicht dazu führt, dass der eine nicht mehr gut senden kann und der andere besser senden kann. Aber so richtige Durchgriffsbefugnisse dergestalt, dass, wenn ein Antrag gestellt worden ist, ist, dass dann sozusagen, oder die ITU wird nur tätig, wenn ein Antrag gestellt worden ist und sagt, du darfst da hin. Was sie nicht tut, ist, wenn sozusagen jemanden aus seinem Satellitenparkplatz hinauszuschmeißen. Das ist eine Schwäche des Telekommunikationsrechtes, die insgesamt auch eine Schwäche des bisherigen Weltraumrechtes kennzeichnet. Auch, und da kommen wir so ein bisschen zu dem zurück, was ich am Anfang sagte, auch das in den 1960er bis 70er Jahren entstandene Weltraumrecht zeigt sich immer noch vergleichsweise unsensibel für Nutzungsüberlappungen. Also das, was wir aus dem allgemeinen Recht kennen. Mein Recht endet an deinem Recht sozusagen. Diese Form der Koordination ist sehr unterentwickelt. Und ich würde trotzdem behaupten, dass das Völkerrecht solche Sätze entwickelt hat, dass man also nicht übermäßig seine eigene Nutzung, etwa durch Satellitenschwärme, übertreiben kann, um damit anderen jegliche Nutzungsmöglichkeit zu nehmen. Das bedarf aber schon einiges Begründungsaufwandes, um das entsprechend hier durchgreifen zu lassen. Also wenn ich Sie da richtig verstehe, dann ist es ja so, dass quasi die Staaten jeweils verantwortlich sind, in die Haftung genommen werden, dass Betreiber bei den Staaten Anträge stellen müssen, so wie das Elon Musk bei der FCC gemacht hat, Starterlaubnis bekommen hat, bestimmte andere Erlaubnisse bekommen hat, dann aber im Weltraum selber sehr wenig kontrolliert wird. Das heißt, ein bisschen zugespitzt. Astronomen beschweren sich ja auch schon, dass ihnen quasi ihre Beobachtungen erschwert werden, weil ständig diese Starlink-Satelliten da durchsausen. Müssen wir also damit rechnen beispielsweise, dass wir bald Werbung neben dem Mond sehen, dass da einfach LEDs hochgeschossen werden, die halt dann bestimmte Anzeigen in den Himmel beamen? Super, sehr gute Frage. Ich darf nochmal auf das Weltraumrecht verweisen. Das darf gar nicht so schweigsam ist. Denn es heißt eigentlich, in der entsprechenden Artikel 6 des Weltraumvertrages, Tätigkeiten nichtstaatlicher Rechtsträger im Weltraum, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, bedürfen der Genehmigung und ständigen Aufsicht durch den zuständigen Vertragsstaat. Also die Vereinigten Staaten haben die Verpflichtung übernommen, als Genehmigungsstaat, genehmigungserteilender Staat, hier tatsächlich dafür zu sorgen, dass der Weltraum weiter auch von anderen nutzbar ist. Das bleibt ja auch, wenn Werbung angezeigt wird. Ja, ob und wie weit da sozusagen geschmackliche Nuancen eine Rolle spielen können. Ich sehe im geltenden Weltraumrecht bisher da keine Möglichkeit, entsprechende Einschränkungen zu machen. Das wäre ja natürlich eine kommerzielle Nutzung. Aber die ist sozusagen nach dem geltenden Weltraumrecht so, wenn ich das richtig sehe. Und ich glaube, ich sehe es richtig von keinem verboten. Okay, also das sind ja interessante Aussichten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses auch in meinen Augen sehr interessante Gespräch. Gerne mehr, gerne wieder. Die Europäische Union überweist dem ungarischen Machthaber Orban Milliarden in dieser Woche. Oder plant das jedenfalls. Und da haben wir uns gefragt, wie kann denn das sein? Denn in Ungarn läuft ja aus einer rechtsstaatlichen Perspektive auch nicht alles so ganz optimal, muss man ganz offen sagen. Das hat übrigens auch der Europäische Gerichtshof festgestellt in einer Entscheidung, über die wir vielleicht noch ein anderer Mal sprechen werden im Detail. Naja, wo es um die Weigerung Ungarns unter anderem ging, an der Verteilung von Menschen mit Migrationshintergrund in der EU mitzuwirken. Aber in Ungarn gibt es auch eine ganze Menge anderer rechtsstaatlicher Probleme, insbesondere was so die Gewaltenteilung angeht. Ein Anlass für mich, auch nochmal über Ungarn nachzudenken, war eben die Tatsache, dass jetzt auch rausgekommen ist, dass Ungarn, das ist diese Woche, glaube ich, bekannt geworden, dass Ungarn zu Beginn der Corona-Krise 5 Milliarden Euro aus Brüssel überwiesen bekommen hat. Hast du gerade gesagt? Ja, habe ich gerade gesagt. Genau, der Anlass war diese, ja, ist ein bisschen heiß hier bei uns im Studio. Es gab diese EuGH-Entscheidung, über die wir vielleicht nochmal ausführlicher sprechen wollen. Vor allem aber gab es eben diese Zahlungen, wo Philipp sofort dachte, wie kann das sein? Ungarn ist doch jetzt gerade nicht gerade so ein Musterschüler und trotzdem kriegen die Milliarden aus Brüssel. Komisch irgendwie. Und darüber haben wir gesprochen mit einer Expertin für diese Fragen, nämlich mit Terri Reintke. Sie ist Mitglied des Europaparlaments, dort in der Fraktion der Grünen und auch Mitglied des Innenausschusses des Europaparlaments. Und unsere erste Frage war, was läuft denn da eigentlich rechtsstaatlich schief in Ungarn? Also es gibt vor allem zwei problematische Regelungen, die eingeführt worden sind. Und das eine ist eben in der Tat, dass die ungarische Regierung, also Viktor Orban, faktisch in dieser Krise per Dekret regieren kann, also am ungarischen Parlament vorbei, was natürlich eine massive Einschränkung der Gewaltenteilung bedeutet. Das Zweite, was aber durchaus auch erwähnenswert ist, ist eine Änderung des Strafrechts in Ungarn, dass gesagt wird, dass alle Menschen, die in Anführungsstrichen Falschinformationen über die Corona-Krise weiter verbreiten, dass die Gefängnisstrafen zu befürchten haben. Und dass es in der Situation, in der Pressefreiheit sowieso schon massiv eingeschränkt worden ist in den letzten Jahren, eben nochmal eine weitere Einschränkung von Presse- und Meinungsfreiheit in Ungarn und deshalb auch durchaus besorgniserregend. Ja, also Fake News unter Strafe stellen, das ist ein beliebtes Mittel von autoritären Regimen, um Pressefreiheit zu unterdrücken. Aber die Frage ist jetzt ja auch, warum ist das nicht eine Angelegenheit von Ungarn? Also es gibt ja Leute, die sagen, das ist eine innere Angelegenheit der Ungarn. Was geht das eigentlich die EU an? Also das wird ja häufig gesagt, was in Ungarn passiert, das ist ja Angelegenheit der Ungarn. Nun ist es aber so, dass Ungarn Mitglied der Europäischen Union ist und wir haben uns gemeinsam in Verträgen, zu denen Ungarn eben auch beigetreten ist, darauf geeinigt, dass wir rechtsstaatliche und demokratische Standards gewährleisten in unserem demokratischen System. Dementsprechend ist es ein Problem der Europäischen Union, weil ungarische Bürgerinnen und Bürger eben auch EU-BürgerInnen sind. Und deshalb ist die Kommission da gefragt, den Artikel 2 der EU-Verträge zu schützen. Und dementsprechend bräuchten wir sehr viel mehr Aktivität. Das Artikel 7-Verfahren, also das Verfahren gegen Brüche von Rechtsstaatlichkeit, ist ja gegen Ungarn bereits angestrebt worden. Wir bräuchten aber noch weiter Vertragsverletzungsverfahren und eben auch Druck, gerade bei der Fördermittelvergabe, dass Ungarn nicht weiter diese Autokratisierung vorantreiben kann. Ja, und wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann kann man sich ja schon die Frage stellen, ob diese weitere Zahlung von 5 Milliarden Euro für Ungarn dann wirklich das richtige Signal ist in Richtung Budapest. Handelt die Europäische Union da nicht viel zu lasch, viel zu weich? Müsste man da nicht einfach deutlicher zu erkennen geben, dass man das missbilligt, was da vor sich geht? Also in der Tat ist es so, bei diesen Geldern handelt es sich um Mittel, die bereits vorher programmiert waren. Also das war jetzt nicht akut, dass die so verteilt worden sind, sondern das war schon vorher so vorgesehen. Aber, und da würde ich zustimmen, gibt es im Moment sehr viel zu zurückhaltende Reaktionen von europäischer Ebene auf diese Vorgänge in Ungarn. Das ist ja kein neues Phänomen, also dieser autokratische Powergrab, der da gerade stattfindet, der ist ja nicht erst von vorgestern. Die Europäische Kommission ist wahnsinnig zäh, ist wahnsinnig schwerfällig, wenn es darum geht, erst mal konkret zu verurteilen, was in Ungarn passiert, aber dann eben auch Schritte zu gehen, zum Beispiel eine stärkere Konditionalisierung von EU-Mitteln durchzusetzen. Wir haben da als grüne Fraktion versucht, mehr Druck aufzubauen. Ich glaube aber, dass es über die Frage der Europäischen Kommission, also die rechtlichen Schritte, die gegangen werden müssen, auch eine sehr stark politische Frage ist. Und da muss man immer wieder erwähnen, dass Fidesz, die Partei von Viktor Orban, nach wie vor Mitglied der europäischen konservativen Parteienfamilie ist, also der Parteienfamilie, in der auch die Union, die CDU, CSU Mitglied ist. Und dass die natürlich nach wie vor auch ihre Hand über diese Machenschaften halten und dass das endlich ein Ende haben muss. Jetzt ist natürlich die Frage, also das Europäische Parlament hat sich ja damit auch befasst. Was ist denn dabei rausgekommen? Also das Europäische Parlament hat immer wieder sehr klar gemacht, dass die Entwicklungen in Ungarn nicht nur besorgniserregend sind, sondern wirklich gegen demokratische Spielregeln der Europäischen Union verstoßen. Es hat dann immer, ich würde mal sagen, so ein bisschen Tango der Demokratieverachtung auf ungarischer Seite gegeben. Also es wurden dann wieder weitergehende antidemokratische Reformen vorgeschlagen. Davon sind einige Sachen dann auch peu à peu manchmal wieder zurückgenommen worden. Also so ein bisschen zwei Schritte nach vorne, dann wieder einen Schritt zurück. Ich glaube, dass es ein lang angelegtes Projekt ist, das eben auch mittlerweile nicht mehr nur in Ungarn genutzt wird, um liberale Demokratien in wirklich autoritäre Systeme umzubauen. Dementsprechend brauchen wir rechtlichen Druck der Europäischen Kommission, aber wir brauchen eben auch den politischen Druck. Und da kann ich nur als EU-ParlamentarierInnen auch die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, an die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland appellieren, den Druck aufrecht zu erhalten, weil wir können das nicht akzeptieren, was in Ungarn passiert und genauso wenig wie in allen anderen EU-Mitgliedstaaten. Ja, wenn man sich das mal so anhört, Tango in Budapest, Schritte vor, Schritte zurück. Da bekommt man ja so ein bisschen den Eindruck, dass vielleicht Herr Orban noch nicht ganz verstanden hat, was die Stunde geschlagen hat und vielleicht nicht so ganz ernst nimmt, was auch die Forderungen der anderen EU-Staaten sind. Ziehen die denn wirklich an einem Strang gegenüber Ungarn? Sind sie sich wirklich einig, die anderen EU-Staaten? Oder ist da vielleicht auch ein bisschen viel Wischi-Waschi im Spiel? Also es werden ja immer wieder zwei Mitgliedstaaten genannt, in denen diese Grundwerte von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gerade massiv unter Druck stehen. Und das sind eben Ungarn und auch Polen. Es gibt jetzt so eine Art Koalition der Rechtsstaatlichkeit. Da haben sich einige Regierungen zusammengetan. Die haben auch nach den Entwicklungen in Ungarn gemeinsam einen Brief geschrieben. Da war auch die Bundesregierung dabei, Länder wie Finnland, Schweden, die Niederlande. Die haben nur leider in ihrem Brief Ungarn nicht explizit erwähnt. Und zwei Tage nachdem dieser Brief veröffentlicht war, hat Ungarn den Brief dann mit unterzeichnet und gesagt, ja, wir sind auch äußerst besorgt. Das zeigt eigentlich auch, an was für einem Level wir bereits angekommen sind. Und dementsprechend, natürlich ist es wichtig, öffentlich immer wieder für Rechtsstaatlichkeit zu streiten. Aber wir müssen im Zweifel dann eben auch die konkreten politischen Schritte sehen. Und da wünsche ich mir auch von der Bundesregierung mehr Druck, dass da nicht nur geredet wird, sondern eben am Ende auch wirklich gemacht wird. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Terri Reintke. Sie ist Europaabgeordnete der Grünen und beschäftigt sich unter anderem mit dem Rechtsstaatsverfahren zum Thema Ungarn. Philipp, wir haben noch ein Thema, so quasi als Kurzmitteilung, so ein bisschen als interessanter, quasi wirtschaftsgeschichtlicher Rückblick. Ja, einfach, also ich finde das ja immer aus verschiedenen Gründen wichtig. Also es geht hier um die Abwrackprämie. Wir erinnern uns, Finanzkrise, Einbruch der Absätze bei der Autoindustrie, große Krise, große Probleme. Und die Politik hat sich überlegt, wie können wir denn unsere Autoindustrie retten? Und da gab es halt diese Abwrackprämie, die hat im Kern einfach bedeutet, jeder, jeder, der, die sich ein neues Auto kauft, bekommt 2500 Euro dazu. Das waren insgesamt fünf Milliarden Euro, spendiert vom deutschen Staat, um halt die Autoindustrie wieder auf den Weg zu bringen. Und die Autoindustrie hat gesagt, na, das bezahlt sich ja mehr oder weniger von selbst, weil mehr Absatz bedeutet mehr Mehrwertsteuer, mehr Umsatzsteuereinnahmen für den Staat. Also da kommt das Geld dann auch wieder rein. Und jetzt, das fand ich halt ganz interessant, gerade bei solchen Maßnahmen, die dann irgendwie sehr umstritten sind und irgendwann kommt eine Bilanz, dann sollte man die auch kurz erwähnen. Und das hat eine Studie des Centers für Automobilmanagement an der Uni Duisburg-Essen gemacht. Und ich habe die Studie selber leider nicht gefunden, weil die Webseite sehr komisch und veraltet ist, aber die Wirtschaftswoche hat darüber berichtet. Und da muss man einfach festhalten, so macht das auch die Wirtschaftswoche, die Bilanz dieser Abwrackprämie, die scheint sehr verheerend zu sein. Also es wurden, wie gesagt, diese fünf Milliarden Euro ausgegeben. Die erste Folge war zunächst, dass die Absätze von Neuautos natürlich in die Höhe geschossen sind. Also normalerweise werden so 3,3 Millionen Autos Neuwagen in Deutschland verkauft. 2009 mit der Abwrackprämie waren es dann auf einmal 3,8 Millionen Euro, also 500.000 Euro im Schnitt mehr. Doch dann kam der Kater, nämlich die Leute stellte sich raus, haben ihren Autokauf nur vorgezogen auf das Jahr 2009. Und 2010 brach der Absatz dann eben ein auf 2,9 und eine Erholung gab es dann erst 2012, also drei, vier Jahre später nach dieser Abwrackprämie. Unterm Strich hat es einfach nichts gebracht, es war ein Strohfeuer, es gab mehr Autoverkäufe, in den Jahren danach dann aber entsprechend weniger Autoverkäufe. Und so hat sich also auch diese Rechtfertigung als Milchmädchenrechnung rausgestellt. Ja, es gab natürlich erstmal mehr Umsatzsteuereinnahmen durch diese Mehrverkäufe. Diese Umsatzsteuernahmen waren dann aber entsprechend weniger in den Jahren danach, weil die Leute halt ihren Autokauf nur vorgezogen hatten. Außerdem, das fand ich auch interessant, hatten sich Autokäufer, Käuferinnen offensichtlich an diese Rabattpreise gewöhnt, die halt eben durch diese 2.500 Euro Abwrackprämie irgendwie natürlich da waren, ja, es waren halt günstiger. Und so haben sich dann also die Preisstrukturen so entwickelt, dass die Studie offensichtlich sich sagt, die Prämie hätte diese Preisstruktur nachhaltig beschädigt. Und außerdem, das kommt dann auch noch dazu, wurden von dieser Abwrackprämie nicht in erster Linie Premiumautos der deutschen Premiumhersteller gekauft, sondern Kleinwagen von zum Beispiel französischen und italienischen Herstellern. Also, mir war das nochmal wichtig, weil das Ding war umstritten, es war der Verdacht da, dass das nichts bringt. Und unterm Strich muss man einfach sagen, der deutsche Steuerzahler, die deutschen Steuerzahlerinnen, haben Autokäufern, Autokäuferinnen 5 Milliarden Euro geschenkt. Und damit im Grunde dafür mehr Straßenverkehr gesorgt, mehr Autoverkehr auf deutschen Straßen, aber eben nicht wirklich, jedenfalls nur deutlich weniger für mehr Umsätze bei der deutschen Automobilindustrie. Und auch noch nicht mal klimapolitisch war es sinnvoll, weil es natürlich neue Autos gab. Damals gab es auch keine E-Autos. Da gab es keine E-Autos, aber du hast natürlich durch diesen erhöhten Absatz wiederum Produktion angeregt, die wiederum großen Fußabdruck hinterlässt. Und das haben die auch untersucht. Ja, diese Autos haben dann im Zweifel vielleicht ein bisschen weniger CO2-Emissionen, diese neuen, als die alten. Aber dadurch, dass eben die Produktion und die Verschrottung angeregt wurde, war der CO2-Fußabdruck letztlich genauso groß, wie er sonst auch gewesen wäre. Ja, mit anderen Worten, staatliche Interventionen in den Markt können Vorteile haben, aber dieses jedenfalls ist kein positives Beispiel. Die Abwrackprämie war es jedenfalls nicht. Wir haben noch eine kleine Unterbrechung, ehe wir zu unserem letzten Punkt kommen. Werbung Die Welt der Weine ist wirklich spannend, aber eben auch ziemlich kompliziert, denn die Auswahl ist, man muss es so sagen, unüberschaubar. Um es euch aber ganz einfach zu machen, haben die Weinexperten von weinfurst.de hochwertige Weine mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis für euch zusammengestellt. Auf weinfurst.de erhaltet ihr jetzt als Neukunde oder Neukundin mit dem Gutscheincode LAGE bereits ab 60 Euro Warenwert einen Rabatt von 30 Euro. Entdeckt also euren Lieblingswein, entdeckt ein Probierpaket oder ein Sparangebot und löst euren Gutschein mit dem Code LAGE ganz einfach im Warenkorb ein auf weinfurst.de. Und sollte euch doch mal ein Wein nicht schmecken, bekommt ihr unkompliziert euer Geld zurück. So das Versprechen geht also jetzt zu weinfurst.de-lage. Und da sind wir wieder und verabschieden uns für diese Woche von euch. Ganz vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht mit der Lage der Nation. Wenn das so ist, freuen wir uns, wenn ihr uns eine freundliche Bewertung im App Store schenkt. Wir hatten jetzt ein paar Trolle, die da irgendwie kritisiert haben. Die Corona-Skeptiker, insofern freuen wir uns sehr. Da kam halt Kritik, wir seien irgendwie zu einseitig. Das ist schon auch, also ich finde, wenn man dazu aufruft und dann Leute tatsächlich auch mal einen Kommentar abgeben, der sagt, ihr seid zu links oder zu irgendwie staatsfreundlich oder zu irgendwie, dann ist das natürlich nicht schön, aber die dann als Trolle zu bezeichnen. Also ich finde, ehrlich gesagt, lies es dir mal durch, das ist so unsachlich. Ich finde, das ist Trollerei. Wie dem auch sei, wir freuen uns jedenfalls, wenn die vielen Menschen, die ganz offensichtlich glücklich sind mit der Lage, sich auch mal äußern. Ich mache ja bei uns die Social-Media-Arbeit und da ist halt einfach, natürlich bekommen wir auch freundliche Nachrichten, aber wie das immer so ist, in jeder Kommentarspalte sind einfach die überwiegende Mehrheit sehr kritisch und das ist in den Kommentaren völlig okay, können wir mit leben. Vieles ist ja auch ein wertvoller Hinweis, aber gerade bei iTunes ist es natürlich schade, weil dadurch ein verzerrtes Bild entsteht. Insofern, wenn ihr euch die Lage gefällt, freuen wir uns auch da über ein paar Sternchen. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Würde ich auch sagen, vielen Dank. Auch winke, winke in den Livestream. Danke, dass ihr dabei wart bei dem schönen Wetter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Tschüss.